auf jeden fall habe ich jetzt bisschen mehr fps glaube ich nein nein wir müssen hier eine ganze dinge machen ja ich hab kevin schon stecker sammeln lassen mr simon dankeschön für den prime server im sechsten monat ja okay viel besser gewonnen und schau bedanken für die preise am sechsten hallo meine freunde bin ich bin ich live wir sind live ich habe super schlechte laune und no drop vor dankeschön für den vierzehnten monat und stuf zwei sogar wie spitzt man die denn an mit der axt habe ich ja wunderbar wie hau ich da den boden rein mit so steine machst du dann so drumherum weißt du den stein meine ich ich meine wie ich den stock im boden hau na du schaust auf dem boden aber damit ich muss den stock in der hand haben genau und dann machst du einmal rechtsklick und dann siehst du danke kevin aber vorsicht du kannst dich auch an den spitzen wehtun aua warte ich gebe dir meine stöcke dann machst du die dinge ok ok wenn ich dir meine stöcke geben könnte kann ich gar nicht sonst wo die ihren stock lager im stock lager wenn nicht sollten eins haben wir haben wir nicht aber ich tue mein ganz anderes zeug hier rein ich muss mir noch einen bogen bauen falls nicht habt ihr jetzt trotzdem hallo alina hallo oma sandrosis safti hallo crime time andy bodo lord sarion hallo 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 wir sind komplett überladen hier ist ein dicker mit einer keule hier ist ein dicker mit einer keule hier ist ein dicker mit einer keule wir werden loku und einer ist schon an der spitze gestorben der rennt weg scheiß wir haben vergessen die dinge anzuspitzen ist dann hätte haut den der hat seinen kumpel gehauen die renner gegen die idioten alles tot er ist auch tot der große wir müssen unseren tausend anspitzen pass auf ich hab den kopf abgeschlafen guck mal der große ist hier gestorben aber die dinge sind jetzt weg da sind noch zwei stück ach so die waren noch gar nicht befestig ja genau oh gott ich muss den zaun anspitzen wo ist loko wenn man den braucht na die kommen rüber kleinere hinweg Kevin ist verwirrt Kevin hat sich vor Verwirrung gesetzt Mann der muss die spawnen die spawner Junge den kriegst du ja das dauert ein bisschen ey ich spitze den Zaun an äh grombel dankeschön für den wies am vierten und bound in blood dankeschön für den prime sub im dritten bleib so wie du bist immer bruder dankeschön und hallo wunderschönen guten aber hier sind die jetzt nicht durch das durch den eingang gekommen ne ich hab fps gefixt bisschen ja hey hey i'm stuck oh tschuldigung 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 schau dich gleich weg ich wollte den stein befestigen aber irgendwann kann ich da keinen stein befestigen Hallo C-Master da hinten kommt der Mörder wieder der Kannibale da hast du dich bisschen kranker nee ich bin nur absolut genervt Leute meine Kopfhörer sind ja kaputt gegangen bzw. ein System davon das linke und ich habe alles neu gekauft davon um da zu reparieren und ich habe die vorhin repariert quasi aber die klingen halt super weird und ich habe da mit dem Kabel nicht richtig hinbekommen und so dann fack mich ab alter mein komm hau ab oh hier liegt nur eine Tasche ich habe sogar nur ganz viele Taschen ich habe sogar nur ganz viele Taschen hm kann man eigentlich mit dem Geld machen ja verbrennen echt oh Gott ich bin komplett voll brauche mehr Lager ja das wollte ich doch gar nicht rein tun go stupid uh go crazy oh 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 Dankeschön für 1,87 Euro hier nur für eine Duftkarte Duftkarte zum runterkommen hm Dankeschön ähh bitte Oh Gott, wir brauchen unbedingt mehr Lager. Ach hier, der Taser. Ja, Betäubungsmunition braucht man dafür. Ja. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Hm, moini. Oh, hier ist wieder einer mit einer Keule. Und dieses System vom Inventar so schrecklich hoch. Aua. Oh Mann. Oh mein Gott. Aua. Oh, ich bin down. Oh Gott, Mila. Bist du auch down? Nein, ich bin nicht da. Hast du keinen Taser-Stock mehr? Wir müssen das so machen wie heute Nacht, wie Loco gemacht hat. Oh Mann. Kannst du mich aufheben? Oh Gott. Oh, da kommt noch einer. Achtung. Kleine die ab. Kleine die alle ab. Kleine ihn ab. Sauber. Packst du langsam Dicke hier. Ja. Hier, nimm mal eine Pistole. Hatte der keinen Dings? Eine Portemonnaie bei? Hat die, warte mal, ich, hat die jetzt deine Knarre? Ja. Oh, jetzt hast du kein Silencer mehr, nix. Hey, der Adler hat irgendwas geklaut. Ich glaube, der hat den Kopf geklaut. Der ist ja frech. Mann, ich wollte doch nur oben einsortieren. Na hier. Ich sortiere kurz ein. Wir haben viel zu viel. Wir haben so viel Stuff. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Warte, hier kommen Waffendinger rein. Ich habe auch Seilrutschenseile. Woher habe ich die denn? Ich weiß es nicht mehr. Wie cool ist das bitte? Wenn kein Platz mehr frei ist in dem Regal, ne? Ist das dann voll? Okay, ja, ne? Muss ja. Streiter, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 25. Warte, Kevin. Hol mir Steine. Weißt du noch, wo der Loco die Knarre her hatte? Ähm, die Knarre vom Strand, da ist doch so ein Boot. So ein Rettungsbötchen. Ich muss mir nämlich auch einen holen. Ähm, wie weit soll der Außenzaun? Ach, wie du meinst. Unsere Base-ID ist schon aus dem Militärstützpunkt. Muss ja auch. Wenn das Flick-Flack-Monster kommt, sind wir im Marsch. Was für ein Flick-Flack-Monster? Flick-Flack-Monster. Aus wie Cat-Dog. Oh Gott, wir haben so viel Stuff. Warum hatten die einen Stock in der Hand? Ach. Hm, hallo Fände. Wie habt ihr die gezähmt? Die zähmt sich von alleine. Man muss dir einfach nur Zeit geben. Genau. Die muss erobert werden. Oh Gott, ich hab drei Zimmer Klebeband. Da braucht man für den Bogen zwei, ne, glaub ich? Glaub ein, oder? Ja, Wim, wo bleiben meine Steine? Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch war. Ich hab den ersten Teil nie gespielt. Ich brauch fünf Fände frei. Hör mal. Handgemachter Bogen. Okay. Wo war jetzt mein Bogen? Weiß ich nicht. Ja. Zwei Stöcke im Akkufein. Zwei Stöcke. Hallo Hulk. Ich brauche auch Stöcke. Boah. Ja, ich würde das hier durchziehen bis zu der Mauer, ne? Oder? Ähm, die Dinger hier? Ja, oder? Ich würde hier einmal ums See und dann die Mauer dahinter machen, weißt du? Hinter der Mauer? Ja, klar, okay. Ähm. Okay. Hm? Was schmatzt die mir denn so ins Ohr, Alter? Was ist mit der? Ich hau die gleich weg. Ich glaub der ist kalt. Ja, dann soll die sich was anziehen. Ist voll am schmatzen. Oh god. Oh god. Oh god. Ich hoffe ihr seid übrigens alle gesund und munter. Oh god. Oh god, die schmatzen mir die Ohren voll. Hallo David. Ja. wieder wach, wir haben noch viel länger gespielt wir haben was zu essen gemacht und dann haben wir noch gezockt hat sich aber nicht aber wir haben nichts großartiges gemacht, nur die Mauer gebaut ja, bei mir ist auch alles in Ordnung nur, dass heute ein stressiger Tag ist ich hab noch nichts gegessen ich hab halt keine Zeit gehabt hallo hier Chris meine Kopfhörer haben nicht so hingehauen wie ich das wollte ich hab super viel Geld dafür ausgegeben, das nervt mich richtig Alter Kau ab geh weg Mela, ich will auch ne Knarre haben Mela? Sollen wir dir gleich einen Hohn gehen? Ja, wir müssen erst den Zaun machen also zumindest die Mauer wenn wir weg sind und wir brauchen oben viel mehr Regale und wir haben gestern einen Grog zugeguckt die ganze Zeit der hat auch bis bis 5 Uhr morgens oder so gespielt und der hat genau an dem gleichen Ort gebaut wie wir nur auf einer anderen Seite, glaub ich, ne? glaub auch, ja warum schmatzt die so? ich hau die gleich weg, alter verschwinde geh weg ja genau setz dich in Schnee boah, fuck mich dat ab Kronk macht uns nach der ist unser Nachbar eigentlich ne, der kann man keine Arbeit geben wie den Kevin macht der Kevin überhaupt Stöcke sammeln? äh, Steine gerade ich hab auch noch ganz viele Steine und wir haben noch Steine im Lager ne, die hab ich schon alle benutzt ich hab auch noch Steine warte, geb ich die gleich Gott, wie lang ist diese Mauer? vibing Lizzy vielen Dank für den Prime 715 die Milla, die will irgendwas von mir ich raste dich aus weißt du, jetzt wo Loco nicht da ist geht die mir auf den Sack wie kann man das hier wegmachen? Speckflöte, Dankeschön für Luisa beim Leuten ich kugel oh Gott das ist halt heftig am Schneiden übrigens sind meine FPS voll in Ordnung ich hab zwar immer nur unter 60 aber ist okay ich weiß warum das nicht kaputt ging hatte noch Strukturschaden aus von meinem Solo-Gameplay so, hab kaputt gemacht aber warte mal du kannst das einfach ausmachen? ja zum Teufel mache ich hier scheiß drauf bei Solo das ist schon echt blöd hast du den Dings weggemacht? was? den Lagerfeuer? ja, ja und kann man das hier auch wecken? ja, kann man auch geh weg geh, nein nix, Daumen hoch hau ab auf dem Ohr zu schmatzen Alter ich bring die gleich um die fuck mich ab ich bin gereizt Leute wir haben kein Viech ja, ich kann nix dafür dass das gedupt wurde wir haben extra unseren Dings weggemacht gestern unser Lager abgefahren ich hab Steine reingetan Mila, ne? okay aber wenigstens hab ich jetzt 50 tierfest anstatt nur weiß ähm muss schon wieder trinken naja, schau auf wer ist das besser? helfen sie mir ich glaube ich bin wieder betrunken die Frau im Badeanzug hat bei mir drei Arme und drei Beine das ist normal das ist eine Mutantenfrau aber die beschützt die Base das ist gut ich brauch auch paar Stöcke ich muss mir Dings machen Mila oh, hier liegt noch ne Tasche und die leckt mir an den Ohren rum wird die gar nicht die will, aber ich lasse es nicht zu was ist denn das hier? ach ne Focke geh mir kurz Dings besorgen ich schau dir jetzt einfach hier im Boden geht der Kevin Stein holen oder Stöcker? Stein ich geh kurz paar Stöcker besorgen ich brauch nämlich Dings für meinen Flitzebogen ich kann am Monitor da auch noch Dings für meinen Flitzebogen wie cool ist das, bitte? wir sucken Fortnite und trinko Drip in Snoo Dankeschön für den Primes ab dem 14. Dings für mich, Dings für mich, Dings für mich oh, oh, oh das ist doch Stöcker hier der bringt viel Dings für mich Goten saint was ich die Jetzt mach ich mir... Du musst hier noch weiterbauen, ne, Mila? Ja, aber... Achso, du wartest auf die Steine. Nicht, dass da gleich wieder einer reinrennt und dann ist sofort gebrückt, weißt du? Und John Schneemann, danke für den Prime-Star beim 24. Monat. Zwei Jahre, dankeschön. Danke. Ich hab mal so einen richtigen Scuffed-Stream, Alter, ehrlich. Anmachen ohne Intro. Schlechte Laune. Oh, ich kann... Ah, okay. Warum schmatzt du so, Frau? Mila, die will mir am Ohr lecken oder so. Die soll weggehen. Die Mila muss online kommen. Du sollst Loco einladen. Bitte. Hallo, Loco. Hallo. Hast du die Einladung bekommen? Ja. Hallo, Loco. Hallo. Ich bin sauer. Ich hab schon gehört. Aber jetzt bin ich doch da. Ich brauch unbedingt Audi-Knappe. Ich muss mehr Regale bauen. Wir brauchen... Oh, guck mal, da können wir drei Stück noch hinhauen. Das machen wir, du Dreck. Saale. Ich bin wieder zu doof. Ja. Wenn ich ein Snickers hätte, würde ich dir ihn geben. Machen wir hier nur eins. Oh, da können wir auch nur einen machen. Wir haben nämlich viel zu viel Stuff. Und wir müssen craften. Von den Loot-Raum hier. Ähm. Ach ja. Das ist aber auch noch verbacken mit den Regalen, ne? Ja. Ja. Kosten ja gar nichts. Ich habe herausgefunden, wie wir unsere Base markieren können zum GPS. Wie denn? Du musst deinen Stock in den Boden stecken und da oben drauf das GPS-Ding nutzen. Du kannst verschiedene Symbole ranmachen. Okay. Oh, ich habe voll viel Geld. Ich habe viel in der Drucker. Schon fast in der nächste Schlitten. Liegt hier noch irgendwo Fisch? Ich weiß jetzt, wie man den Taser nachlädt, ne? Also ich weiß nicht wie. Okay, wie? Aber man hat hier diese Betäubungsmunition. Und ich habe so zwei Pfeile. Wir könnten eigentlich, wenn wir den Dings haben... Wie heißt das? Wenn wir diese eine Waffe haben, können wir so eine Seilrutsche machen. Ja. Ja, die können wir heute holen, wenn ihr wollt. Ja, ich würde mir die Knarre halt auch holen, ne? Meine Knarre ist auch weg. Meine Knarre. Die ältet ihr vielleicht? Die hat Mila Ehre. Das ist meine weg. Dann muss ich mir auch noch meine holen. Ich muss dann gleich nochmal hier nördlich von uns die Detachments holen. Ja. Die hat einen an der Waffel, hat die. Ich wollte noch ne... Wo hat das gerade gebläht? Man kann übrigens die Safe Games, kann man sharen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ja, du musst in den in den App Data Local Ordner reingehen von dem Spiel und dann eine bestimmte Datei... Na, dann könntest du mit dem Spielstand von Mila weiterspielen ohne sie. Krisch. Ich hab mir das gerade mal auf meinem Spielstand getestet. Da wollten nämlich gerade noch vier andere weiterspielen und ich hab gesagt, ich muss jetzt los. Kann jetzt nicht. Boah, das sieht schon cool aus mit dem Licht innen drin. Schlafen? Ja, komm, wir gehen schlafen, Mila. Mein Mond blinkt schon. Speichern nicht vergessen. Ja. Ja, ich hol kurz die Attachments jetzt mitkommen. Wer ich? Ja. Ja, wenn, dann gehen wir gleich zusammen, oder? Die Attachments könnt ihr ja eben so holen. Die sind ja hier oben... Ist die Knarre weit weg? Ah, die Knarre war am Strand hinten. Oh Gott. So, nicht da, wo wir gestern waren, sondern auch... Wo ist denn Calvin schon? Warte, ich komm mit ihr Attachments... Mila, passt du auf? Ja, ja, ich baue hier. Oh, ich hab echt... Ich hab echt 15 FPS rausgeholt. Ja, das hat gemacht. Ich hab neues DLSS installiert. Vom 23. Februar. Kann man machen. Und ein paar Envida-Tweaks. Okay. High-Performance-Profile zum Beispiel um so'n Shit. Müsste auch deutlich besser im Stream aussehen. Hoffe ich. Hier sind die Attachments. Ja, hier ist der Shally. Hier ist der Aussatz. Oh, nochmal so'n Seilrutschen halten. Ich hab schon wieder so'n Seilrutschen-Seil gefunden. Ja, ich auch. Da sind schon zwei Stück im Lager. Diesen Haken dafür können wir uns auch im Drucker herstellen. Den haben wir zweimal, den haben wir jetzt viermal sogar. Und, äh, einfach ein Seil ranbinden und dann haben wir so'n Seil-Seilbist-Säule. Ja, können wir eigentlich machen, ne? Ich würd's den Baum ausprobieren. Können wir schon machen. Aber bei uns fehlt halt die Knarre noch dazu. Aber die ist ja eh sich zu holen. Boah, ist echt nicht weit, ne? Hat ein Lila gefunden, aber ein Erkundungstor. Die alte Kackbratze! Was ist denn das da vorne? Wack! Eigentlich, eigentlich... Boah, ich weiß nicht, aber das... Ich weiß halt nicht, wie viele Dings das bringt, ne? Sicherheit für das Gebäude hier. Diese Außendinger, die wir gestern Nacht gemacht haben, heute Nacht. Sonst könnten wir die auch noch als Zaun benutzen. Da kämen natürlich überall Zäune hingeworfen wieder. Kannst du hier keinen hinmachen? Oder willst du das als Eingang haben? Äh, ich hab gedacht... Kevin hat mehr Steine hier hingeschmissen. Der hat hier noch einen hingeschmissen. Und hier auch? Kann man denn nochmal ein Feuer machen? Das Dingst du in der Hand nehmen, ne? Was machen wir denn? Kannst du einfach hier... Ähm, nee... Das Dingst du in der Hand nehmen und dann? Auf den Boden gucken. Ah, ich hab Angst... Ja, 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 ja. Wie tut man da Steine dran? Ähm... Steine in der Hand nehmen und dann drum herum legen. Bist du in der Hand nehmen? Ich würde hier noch so einen Eingangsbereich lassen. Ja, Platz, Junge. Yeah, boy! Hab den Kopf aufgespießt, direkt vor der Haustür. Damit die direkt... Oh! Gieß dich am Sonnen, guck mal. Oh, das ist ein Eichhörnchen. Ja, okay. Der Pfeil ist einfach... Egal. Was ist das denn hier? Ich sag da einfach nix, du. Ich würde hier freilassen. Ja, wir müssen noch um den Dings, ne? Um unseren Steg auch welche machen. Mhm. Haushalt... Ja, was machen wir denn, wenn der Winter vorbei ist? Hallo, Venom. Und hallo, Pyro. Und hallo, Brot. Und hallo, Holy. Hier würdest du freilassen? Äh, ja. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja. Warte, wir haben da noch ein paar Stämme, ne? Und den können wir mal mitnehmen. Hm. 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 Ich muss den Eingang ein bisschen kleiner machen. Ach, scheiß auf die. Ich glaube eh nicht, dass das viel bringt. Hm. Und seid ihr sicher, dass der Winter auch wieder weggeht? Ja. Ganz sicher. Der Winter ist ja schon weg. Muss. Ja, ähm. Halt Mohl, Tripp. Halt Mohl. Ich bin froh. Ich hab keine FPS-Probleme mehr. Oh, Boy. Oh, Boy. Hey, Wienerlo. Nefzeg. Vielen lieben Dank für die Wies auf dem 41. Monat. Tag, Tag. So, Eingang ist ein bisschen kleiner jetzt, ne? Mhm. Wir sollten am... Kannst du hier eine Fackel hinhängen, Mila, am Eingang? Damit wir die so sehen. Ein ganz dunkel ist. Äh. Außerhalb oder? Äh, hier drinnen hier so. Irgendwo. Boah, ist das neblig, Alter. Äh, ich würde einen... Einen wegmachen, glaube ich. Sonst wird das zu eng mit den Spitzen. Also ich weiß noch nicht. Oder hol mal so einen Baum und... Ich bell mal einfach auf. Wie? Ich hab doch einen weggemacht. Achso. Oh Gott. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Nein. Du denkst einfach anders. Ey, Kollege Turnschu. Weiß. Warum kann ich den nicht anspitzen? Ihr könntet wie anders versuchen. Wo? Na ja, Loco guckt schon. Ne, dein Leid hab ich noch nicht angeguckt. Ich brauch Steine, Kevin. Wer will nicht? Es gibt einen Tor, aber das bringt nix. Also kannst du auflassen. Weil du kannst ja nicht abschließen. Trott, wir haben schon wieder gedubt. Hallo, Brownie. Kevin. Ey, der ist gar nicht mehr am Bluten. Kevin. Wohl. Fiech. Und fallen lassen. Hier. Komm schon, Kevin. Wohl Fiech. Hm. Wohl Fiech. Sauber, der Kevin. Sauber, der geht wieder in seinen Angelspot. Wir stehen nicht gerade. Oh Gott, was hab ich denn jetzt gemacht? Milo, mein Schlitten ist kaputt. Die ist nicht da. Hä? Hast du... Hä? Das ist Schildkrötenpanzer. Aber es funktioniert nicht. Wann kann man denn die Schildkrötenpanzer nehmen? Weiß ich nicht. Ich kann den auch nur in die Hand nehmen. Nee, du hast Gesicht da am Arm. Bah. Du auch. Bah. Du aber auch. Du bist übrigens ein indischer Opa oder so. Hallo Freezy. Hallo, mein Sohn. Das bin ich. Achso, ich hab Helm auf. Aber du bist ein Dings. Ich glaube, ihr seid Brüder. Also Zwillingsbrüder. Ihr seht gleich aus, glaube ich, da drunter. Ihr seid meine Söhne. Ja, der Kevin holt Fiech. Traube an der Kevin. Wir brauchen irgendwie... einen coolen Ort für ein Lagerfeuer. Ich mach's hier für Platt. Mann, das ist doch weg. Nila, wir müssen hier noch welche drumherum machen, ne? Oder aber... Aber da können die drüber klettern. Scheiße. Mila auf K. Nicht... Wo? Hey, das sind Babys. Babys! Oh! Babys auf dem Eis. Babys auf dem Eis. Babys auch in der Base. In der Base? Oh, da kommen welche. Pass auf! Komm in die Base. Der soll in die Dings rennen. Haha. Oh Gott, der kann da durchlaufen. Wo will denn der rein? Sein Fuß abgeschnitten. Haha. Babys in der Base auch? Ja. Also im Haus? Das ist noch nicht. Der Rote ist am Zaun gestorben. Oh Gott, ich hab Decks von dir fest. Schnell. Oh Gott, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, Baby hier. Aua ab. Warte mal, ich hab den Nebel ausgemacht. Jetzt seh ich alles. Oh, noch ein Baby hier. Oh Gott, wo kam die her? Wann war immer da? Seit wann sind denn Babys da? Ist doch viel zu frisch. Oh, oh. Mir ist kalt und nass. Ich brauch die Köpfe. Ich spieß die auf. Oh, hier hat der eine Tasche fallen lassen. Warum kann ich den Nebel? Nein. Oh, hier hat der eine Tasche fallen lassen. 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 Kommt, wir müssen die Köpfe aufschließen. Vielen Dank. Wie cool ist das, bitte? Ich zog in Fortnite und trinke Koala. War einmal in den Eingehen. Aber ich hatte doch noch einen. Hat noch einen an Kopf? Unreached, vielen Dank für den Primes ab dem 36. Hat noch jemand einen Kopf? Ich habe noch zwei. Ich habe... Komm mal her, Loco. Nee, ich habe keine. Hier in dem Eingang, ich habe schon Stocking gemacht. Damit die direkt wissen, was hier abgeht, Alter. Idioten, die. Das hat aber gerade super geleckt. Ist, glaube ich, noch ein Kopf drin, oder? Ja, mach ab. Wir müssen uns eine Plattform runterholen. Und Ali, vielen lieben Dank für den Primes ab dem 22. Das ist, glaube ich, doch keiner mehr drin ist. Doch, du musst nur lang genug draufhauen. Warte, soll ich mal machen? Ich glaube, da ist keiner mehr drin in dem Helm. Oh, der hat gar keinen Kopf gehabt. Egal. Also, bisher hatten wir noch keine... Also, Onkelchen, bisher hatten wir noch keine... Keine Kannibalen im Haus drin. Bisher kamen die da noch nicht rein. Nur ein Baby. Und Cyrix, danke schön für den Wies, aber im zwölften Monat. Ein Jahr, vielen lieben Dank. Nur ein Baby, aber nur am Anfang. Nein. Weißt du, wie das funktioniert mit der Seilbahn? Ja. Okay. Ich tue mal die... Was machst du denn? Ja, ich wollte eigentlich auch noch einen Kopf aufschließen, aber ich habe dann Stock zerbrochen. Wie bist du so schlecht im Schnee? Wir haben, glaube ich, zwei Stück hier schon drinne. Drei Stück haben wir jetzt. Wir haben auch super viel Munition, ne? Okay, mach ich die Dings hin. Die Samen rein. Wo kann ich denn die Schädel hin tun, Mila? Oder was kann man mit denen machen? Ähm, kannst halt so Deko machen. Kannst damit nicht so viel machen. Eine Keule kann man damit machen. Nein. Können dann, glaube ich, so eine... So eine Art Fackel bauen damit. Also so eine Standfackel. Warum bringen die Bären denn eigentlich kein Essen? Kann man Chikoré essen? Das ist Energiemischung. Ach, die brauchen wir sogar. Jetzt noch Prime Star bei Curtis lassen. Mona ist bald rum. Und ihr wisst, was dann passiert. Genau nix. Oh Mann, der Chat ist schon wieder müde. Die zocken alle selber. Aber wir ziehen... Heute ziehen wir los und gehen Sachen erkunden. Also Bären braucht man gar nicht sammeln. Die bringen gar nix. Okay, und Heckenkirschchen sollte man nicht essen. Freutage ein Ding? Die bringen wird okay. Ich hab Fische aufgehangen. Ich lass den Kevin wieder Steine holen. Okay. Gold-Multi, vielen lieben Dank für den Prime Star beim siebten Monat. Und sechs Monate in Folge. Die Oma hat gebatet. Wie nix. Ich dachte, Dodge? Ja, oui. Heute ist Sonntag, ne? Ja, machen wir morgen Dienstag. Obwohl, ich war ja nicht da. Mal gucken. Energie hab ich ja. Boah. Ach so. Oh, okay. Man hätte da vorne noch ein Tuch anwachsen müssen. Doppeln, Tuch rein, Schädel drauf. Wie ein Tuch für wat? Guck. Vielen lieben Dank. Mr. Untorn, vielen lieben Dank für fünf giftige Zaps. Ach, die Schädel. Oh, guck mal da. Guck mal. Oh, geil. Mila, guck mal. Wir haben eine Schädelkerze. Dankeschön, Mr. Untorn. Chat mal ein paar Ollen mehr, bitte, ja? Dankeschön. Das sieht cool aus. Ja, die sollen direkt wissen, was hier abgeht bei uns im Dorf. Wie nennen wir unser Dorf eigentlich? Wir sind kranke Motherfucker. Warum kommt der Kevin zu mir? Ach so, der holt den Stein hier. Aber der kürzt nur immer Gehalt. Das ist ne Lüge. Ich bin mal gespannt, ob die Plattform hier hält, wenn der See flüssig ist wieder. Wenn der See wieder flüssig ist, Alter. Mich kannst du auch so vergessen, Junge. Mila, hier ist ein Stein. Hier sind überall Steine bei dir. Dankeschön, Schlappi, dass du dich bedankst. Wo rennt denn der Kevin schon wieder hin? Na, Steine sein. Der hat einen Stein in der Hand. Und Brox, jo, dankeschön für die Weezer beim Achten. Wie viele Tage habt ihr schon, Schnee? Ich weiß nicht. Zwei? Zwei, ich glaube auch. Wann sollen wir denn losziehen, die Waffe holen, Mila? Ihr könnt meinetwegen auch schon losziehen. Ja, aber wenn die angreifen, bist du alleine. Dann verstecke ich mich wie ein Falkshuhn. Nein, dann hau dir die ganze Base platt. Was machst du denn da? Ich stelle eine Schädelkerze runter. Ist das weit weg? Nö, geht. Sollen wir da eben kurz hinlaufen, Mila? Oder kriegst du da Leine hin? Ich krieg das Leine hin. Wenn wer kommt, renne ich einfach. Ja, wohin denn? Die hauen nur die Base kaputt. Lass den vielleicht am nächsten Tag machen. Ist jetzt schon fast 16 Uhr. Okay, wenn der kommt. Ich krieg mir das Steine. Was machst du da, Loco? Ich war ein Schädelkerz hier unten. Aber warum? Da bohren die Beleichtung. Oh, die hat eine Levera gebracht. Danke, Oma. Mila macht das schon. Ey, ich zweifle nicht da dran, aber ich weiß, dass Mila ein Schisshase ist. Nö. Das sagst du. Ich bin immer mutig reingelaufen in Phasmophobia. Ich auch. Hm. Ich hab' mir einen Hase getötet. Oh, das sieht echt gut aus, unsere Gegend. Das sieht echt cool aus. Möchtest du die Jahreswechselzeit müssen? Wahrscheinlich alle 5, 6 Tage oder so, oder 10, ne? Ich glaub, der Winter ist tatsächlich gar nicht so lange. Ich hoffe, das fuckt mich nämlich ab. Ich meine, bei uns waren es so 5, 6 Tage und dann war schon wieder Tauwetter. Hier wurde gesagt. Mila, ich will Knarre holen. Ja, aber gleich wird doch eh erst dunkel. Was machst denn du hier? Okay. Sehr gerne. Dankeschön für die Weezer beim 31. Ich hab' grad nix zu tun. Na, du kannst weiter den Zaun machen. Ja, weh. Ja, weh, weh. Oh, ne, nicht schon wieder Holz zacken, Alter. Mein Arm tut weh. Oh, but, oh, but. Ja, ja. Außerdem können wir das doch so lassen. Wir sind doch gut geschützt jetzt, wenn die jetzt angreifen. Außer der eine, der ist da vorhin einfach drüber geklettert, hab ich gesehen. Ich würd, ich würd wenigstens hier am Fluss noch so lang machen. Also, also von hier bis hier würd ich noch machen, den Letzten. Ja, aber sobald der auftaut, haben wir ja Dings. Ja, ja. Ich mein' ja auch nur von, von hier nach hier. Okay, dann geh ich hier vorne abholzen, weil rechts ist kaum noch was. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt am nächsten Tag, gehen wir die Waffe holen. Und wenn wir zurückkommen, mach ich hier bei dem restlichen Zaun die Spitzen drumherum. Aua! Auch hier ist ja eine Spitze. Wir brauchen Loco nicht mehr, könnt ihr ihn haben. Okay, los hier beschrieben. Kommen sie ja nicht in meinen Spielstand, jetzt freuen sie mich nicht mehr. Ja, das sind halt dann auch einfach keine richtigen Freunde. Aber die Loser. Ja. Ich dachte, es ist echt schwer, jetzt da den Punkt zu finden, ne? Du kannst da nicht nah dran bauen. Ne, Mila, das kannst du vergessen. Du kannst hier ganz... Also hier kann ich eigentlich... Ich kann man danach dann machen. Ja, ist doch okay. Und dann müssen wir... Hier, warte mal, dann können wir hier rüber. Und dann machen wir den ersten wieder weg. Also wir hindern zu... Aua! Hä, was ist das denn für einer? Hey, hinter uns! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, Mila, super. Aua! Ah, die sterben. Haha! Die Loser! Pass auf, hinter dir, Loco. Komm lieber hier hoch. Das ist ein Nicker mit der Keule. Komm lieber hier rein. Komm da. Was macht der denn? Was macht der? Oh, was zum Teufel macht der? Der wirft den weg. Komm doch, komm doch, du Loser. Einer ist drin, ne? Oh mein Gott! Aua! Okay, ich bin... Aua! Der konnte einfach durchlaufen. Der haut Kevin. Schneid ihn ab! Oh nein! Zieler! Schneid ihn doch ab! Mädchen! Mann, du Meter. Jetzt brauchst du auch nicht mehr auf den Schießen. Er hätte mich töten können. Dem Kevin geht es überhaupt nicht gut. Er ist wieder Blut verschmiert. Das Blöde ist, wenn dir kalt ist, dann zitterst du so total dumm. Einfach schießen. Hey! Entschuldigung. Ratte! Genau, der hätte mich töten können. Und Mila hat mir nicht geholfen. Habe ich wohl? Ich habe auf den geschossen. Aber du hast voll lange gebraucht. Ja, weil ich zitter. Dann zitter nicht. Mann, aber mir ist hier kalt. Dann mach dich warm. Ich glaube nur die großen kommen da einfach so rüber. Ja, und wenn irgendwann Flicky Flacki kommt? Ja, dann machen wir Zicky Kacki. Wir haben ja noch ein bisschen Holz hier. Können wir weiterbauen. Dann dauert ja nichts. Hallo. Oh, Entschuldigung. Leg dich hier hin. Nicht mich schützen. Ja, eigentlich, ja, ja, ja. Eigentlich können wir das machen. Haben wir hier noch Holz? Ah, hier liegt noch ein bisschen was. Macht dir auch keiner mal ein Feuer in der Bude an. Halt mal, Oma. Wir haben Fackeln, die halten warm. Nee, die halten mich warm. Doch, ich stelle mich da immer hin. Echt? Ja. Kommst du high? Ja, warte. Gar nicht machen die warm. Oh, boy, oh, boy. Ja, ja. Es ist Schlafenzeit. Hey, Bubu. Und keiner Dankeschön für die Weezer im vierten Monat. Und Speicher nicht vergessen, bitte. Oh, boy, oh, boy. Jo, jo. Und Carlos Santibanes. Dankeschön. Meine Hesse für den Marisa binnen neunter Monat. Kann eben einer noch helfen, die Bäume da drüben zu holen? Wenigstens ein paar noch. Geht doch relativ schnell, ne? Ich hab wieder super FPS. Das heißt, bestimmter Kombi da werde ich angreifen. Ja, ja, nee, doch nicht, das Kevin. Da kommen welche. Sag ich doch. Ja, oder sind welche, Milo? Wo denn? Draußen. Äh, hintereingang. Da kommen vier rote. Nicht angreifen. Oh, Gott. Ja, knallt die einfach ab. Warte mal, das war die Dings, ne? Ja, das war die Dings, ne? Siehst du, sobald die NPCs kommen, leckt das bei mir. Was macht ihr denn da? Du kommst hier nicht rein, oder? Hahaha, Idioten. Hahaha. Er lebt noch. Oh, Gott. Hihihi. Hahaha. Ist ihm grad'n Pfeil in den Arsch geschossen? Okay, anscheinend Funktioniert unsere Konstruktion Oh, der lebt noch, ne? Jetzt Nicht mehr Anscheinend funktioniert Unsere Konstruktion Oh, hier ist noch einer Pass auf, Mila Aber die Dings hat den abgeknallt Die hat den voll an Brett gegeben Ja cool, dann sehe ich ja anhand der FPS Ob wir geradet werden Schon wieder low FPS Jo, da kommen sie wieder da hinten Zwei Stück sind da Ne, sind ein paar mehr Vier Ja, sobald das liegt bei mir Bis man hat, wie geradet werden Ja, warum kommen denn jetzt so viele Auf einmal Bitte mal ein bisschen schwerer, ne? Sind bestimmt sauer wegen der Köpfe Die wir auf Gespiss haben Oh, ich hab Durst Oh, hier ist ganz, ganz böse FPS Drops Mann, warum ist dieses Spiel So unperformant, Alter Platz da Hier kommt Mats da Loco, Platz da Komm noch Oh, wer schießt? Die Frau Oh, da kommt noch mehr Aus dem Wald Eins, zwei Ich sehe drei Stück Kommt noch einer jetzt Ich kann den hier nicht anspitzen Oh Dann ist der kaputt Er lebt noch Das funktioniert echt gut Wir brauchen Ich mach Holz noch mal ein bisschen Wir wollten eigentlich los In die Knarre holen Ja Ich hab schon wieder läuft Wer ist Kann als Seiner Bits Tower geradet werden Wollt ihr die nicht für Rüstung Verbrennen Für die Knochen, ja? Wir müssen mal so einen Scheiterhaufen bauen Den kann man auch nicht anspitzen Vielleicht auch noch In diese Richtung stellen Kevin hat Die hier kann man nicht anspitzen Nee Kannst du den hier anspitzen? Dann sieht er zu schlecht Der will ein Baumstamm-Clown Kette, kannst du den hier anspitzen? Welchen? Finden Nee Dann ist der kaputt Aber den hab ich frisch gefällt Vielleicht ist der verbargt Manu Achtung Oh Gott Der ist auch ein kaputt Den man nicht anspitzen kann Das stimmt Dann tu die Kümmerdien-Dingslager rein Ich hab Hunger Haben wir Viech? Und wir wollten die Knarre holen Nehmen Und ich bin super müde Warum? Wir haben doch gerade geschlafen Alle kaputt sind Warum denn? Bin ich verbargt? Ich weiß nicht Dann zieht ihr den Energy rein Und dann gehen wir los Ich glaub ich bin verbargt Oder so Und keine Bäume mehr anspitzen Und auch nicht alle Bäume kaputt sein Ja dann heb du die mal nicht auf Ich hätte hier gern noch einen Ja dann heb du die mal bitte nicht auf Den hatte ich schon aufgehoben Warte damit Kevin hat welche entdeckt Wir sind schon wieder welche Was ist denn das? Der gibt dir überhaupt gar keinen Sinn Wo hier? So? Ja Genau Dass der Eingang einfach so ein bisschen Kannst du den anspitzen? Na Geh mal weg bitte Na Hallo Der Kevin hat hier ja wieder ganz viele Stöcker hingelegt Ne? Zu hoch sind die Quatsch Können wir ja testen Moment Einfach mehrere weiter bauen Dann geht's Ah doch Alle recht Die sind zu hoch Mila Müssen nicht verbargeln Okay Ich bin nur winzig Hab ich Hast jetzt deinen Dings da Okay Dankeschön Ja soll mal los oder was? Ja Also Knarre holen ja? Ja Warte nehmen wir Proviant mit Oh ich hab zur Not ein bisschen was bei Ja ich auch Let's go Ne warte ich nur noch Viech mit Auch zwei Viecher Wir müssen da oben ein bisschen aufbrochen hier Ich nehm zwei Feldrationen mit Ich hab mir von den Kaun Wärts Ratchet mitgenommen Lass mal den Kevin hier abschneiden Der soll Viech holen Ja ja Sag ich schon gerade Ja da kommt noch eine Truppe Ja wir werden wieder geradet Die kommen von links Mila Pass auf Die kommen von dir Lass sie noch kurz weg machen Boah jetzt wird aber immer heftiger mit dem Raid, ne? Aber eigentlich ist er doch cool. Mit der Idiot-Reihe. Hi! Hast du das gesehen? Ja! Da kommt der Nächste. Der hat sogar gewunken. Mal gucken, ob die den Eingang finden. Der hat Mutantenrüstungen. Warum rennt denn der weg? Ach, wegen dem Schädel wahrscheinlich, ne? Oh, der eine hat den Eingang gefunden. Der macht unsere Mauer kaputt. Der rennt auch weg. Hey, Mr. Brother, I'm stuck. Okay, hier ist der gerade einfach durchgelaufen, Mila. Da müssen wir hier auch was hinmachen. Ganz hinten drin nur einer. Nee, das sind MPCs. Wie cool ist das bitte? Jetzt zucke ich Fortnite und trinke Ola. Oh, ich hab dir im Kopf geschossen, Alter. Oh, ich hab dir im Kopf geschossen, Alter. Oh, ich hab dir nicht raus. Oh, ich hab dir nicht raus. Oh, ich hab dir nicht raus. Wollen wir los? Warte, du hast noch einen Pfeil im Fuß, Bruder. Gib mir meine Pfeile wieder. Okay, bin ready. Ja, nicht so wirklich FPS fix. Ein bisschen konnte ich raus holen mit neuster DLSS-Version. Warte, da kommt schon wieder einer auf die Base zu gerannt. Mila, links neben dir, pass auf. Wie schnell sind die denn auf dem... Oh Gott, der rutscht auf... Boah. Wir haben ein Brett bekommen, Alter. So, noch irgendeine Probleme hier? Hm. Nein, bis zum Strand da vorne. Huch. Huch. Hä, was ist denn jetzt passiert? Hä? Was denn? Bei mir waren gerade alle Bäume weg. Bei mir waren auch gerade alle Bäume weg. Jetzt sind alle wieder da. Ja. Seid ihr auf Crack or something? Äh, nein. Hey, die Dings folgt uns. Wir brauchen einen Namen für die. Kevin und... Sollen wir die Chantal nennen oder Jacqueline? Hm. Ja. Chantal. Okay. Chantal. Chantal und Kevin. Hm. Sag mal, hier ist ein Grab. Ja, aber dafür brauchen wir Schaufeln. Ah, das ist nicht verzeichnet auf der Karte. Bitte räumen Sie den Wald. Oh, das gab es dort schon. Besser nicht. Der Außenrum. Aber das ist ziemlich geil mit den ganzen Raids, ne? Die ganze Zeit. Kommen da auch noch Stärkere? Ja, klar. Flick, Flack. Ah, rechts von uns sind zwei... Naja, die haben wir... Wie sollen wir die nennen? Kriecher? Das ist ein Krabbler. Krabbler. Ja. Gib mir mein Fahrt zurück. Oh, mein Penner. Hallo, die sind mich hier am Verkloppen und hier renn weg. Na, kämpf doch nicht. Lauf doch einfach hoch. Die greifen doch an. Hallo, bobo. Ich muss Medizin schlucken, warte. Okay. Ey. Nicht auf Chantal. Wake's up. Chantal, ich hab dich. Komm hoch. Die ist Virginia, aber wie nennen die Chantal? Hallo, Alpino. Chantal und Kevin. Chantal und Kevin. Kevin macht einen echt guten Job als Angler. Alles Angler kannst du nicht vergessen. Warum läuft die eigentlich mit uns? Weiß nicht. Vielleicht mag sie uns. Wir sollen mal lieber die ganzen Viecher abknüllen. Gibt's Drops in the Forest? Ich glaub nicht. Nein. Hallo, Dieter. Doch, die hat unendlich Munition. Und Green, Kirsch, danke schön für den Wieserm 5. Mit Smiley. Und Chairox, danke für den Wieserm 27. Sind welche Forms? Oh Gott. Ich glaube, hier sind noch Pfeile von dir. Ich bin auch schnell hier im Wab. Hm. Good job, Team. Warum schießt die nicht? Warum hat die Angst? Ja, die hat doch geschossen. Oh, die hat Angst. Ist der tot? doch die hat ja geschossen jetzt unendlich munition hat da bin ich gleich eine knarre weiter ich glaube es gibt sogar bei der knarre den back momentan wenn du die weg packt und wieder auspackt das wieder volles magazin habe ich zumindest gelesen in reddit ja okay wir versuchen wir waren noch nicht viele kunden wir haben erstmal die base gebaut wir finden bestimmt noch klamotten für die die pistole da hinten warte aber hier sind jetzt darfst du ja ich will meine ich mit rüber und da gibt es den high ich warte ich bin jeden abend auf reddit immer im bett oh gott ich muss da echt drüber schwimmen das macht man ja so im winter ne einfach ins offene meer ich gehe jetzt hin und fasst das po an sie hat das po angefasst warum nehmen wir nicht das boot und hauen ab von der insel anbaden heißt das wir haben unsere aufgabe noch nicht erledigt oh gott ich wurde gebissen das hat wehgetan ähm ja oh gott der wird wieder beißen hier ist die knarre bevor ihr wieder ins wasser guckt bis der weg schwimmt wie kann ich die attachments da dran machen äh packst die waffe in die mitte ich muss jetzt mal looten hier aber hier ist ok warte wie komponierst du das und dann muss noch ein shelly da ok ok hab ich ich knall den ab bevor wir zurück gehen ja ich bin stuck warte wieder da wo ist der schon gott weg von uns bei mir ist das voll laut obwohl ein shelly dran ist bei mir nicht wer hat geradet john promillo dankeschön für den raid und guten abend ah ist tot hast du ihn umgebracht ja vielleicht bin's oh gott wie kommt man denn hier runter kann nix machen jetzt komisch jetzt wo ich im wasser bin ne steht unten links nicht ab mir kalt ist stimmt und das bin ich auch nicht wir müssen wir müssen unbedingt ein loko da oben auf den berg machen da mit dem schlitten runter das macht bestimmt bock oder es ist super tödlich moini der typ der da liegt bei der party der hat auch noch einen pistolen aussatz wo na der typ der hier liegt tatsache was für einen hat denn der achso ganz normaler gehen die denn kaputt ist die frage ne ich glaube es gibt einfach mehrere leerenorten den film boni hast du achso der kommt dann der ist tot warte will ich mal gucken haha du bist tot geh mal weg von dem die kriegt immer sein fresse zum nachladen erdrücken hab ich der munition bei wo ist die denn drin ne die liegt oben zwischen beiden kisten ja hab ich drei dings aber will ich nicht nachladen warte ich tu die mal weg haben ein screenshot gemacht ja okay musst du wirklich nachladen warte mal ich hatte doch drei stück drei packen magazine die sind alle weg hast du die vielleicht oben ans regal getragen oder waren das nur drei schuss mhm ich glaube mal testen immer ja drei schuss wundern hä wie doof ist das denn okay drei schuss hatte ich noch ja gut hat einer die tasche von dem aufgehoben ich nicht hatte der hat dann eine fallen lassen ich hab so kannst du Feuer unter dem dicken machen ich weiß nicht jetzt bist du voll durch mein Herz gelaufen hm ich mal das aus so nicht durchlaufen oh penner hallo jetzt Sandria mach dem Herz Flügel Spügel okay sollen wir erkunden gehen oder sollen wir wieder zurück ähm wird bald dunkel oder es ist 16 Uhr 43 ja wird bei dunkel ich nehme kurz kann er dann noch den äh ich muss den Schlagstock wiederholen und so ne ja aber die Hakenpistole wäre nicht schlecht die Frage ist kann man nur von oben nach unten gleiten oder von äh unten oben auch beide Richtungen dann könnte man ja rein theoretisch so ein Baumhaus bauen und da ein Lager rein machen oder machen die auch Bäume kaputt oder machen die auch Bäume kaputt das weiß ich nicht die Bäume eigentlich nicht ich weiß nur nicht ob die die Sachen in den Bäumen angreifen warte mir ist kalt ich brauche meinen Fackel da scheiße Ja, was soll man machen? Am besten, also erkunden heute, oder? Ja Ich bin ja, ist irgendwo hier noch Sag mal, du hast ne Fackel Ich hab auch eine Virginia, die wird hier irgendwo Nee, doch nicht Denn wir werden zwei Punkte angezahlt Es gibt doch auch irgendwo ne Winterjacke und so Ähm, ja Irgendwo bestimmt Hm Also ich bin, dann gehen wir nach Hause schlafen Dann gehen wir erkunden, oder was? Mhm Hier sind so Dings Ist hier nix? Golfcaddies Ja, das ist die Höhle, wo der Drucker drin ist Ah Chantal ist irgendwo Ich glaub, die ist nach Hause gelaufen Wir brauchen noch ne Schaufel Aber dafür müssen wir erst die Pistole holen, ne? Mhm Vielleicht kriegen wir beides hin, heute noch Ich muss zu spätestens um elf Muss ich im Bett sein? Ja Ich bin doch in der Nacht erkunden Bist du das Wahnsinns, Junge? Obwohl so ne Nacktwanderung mal wieder Schon gruselig, ne? Schon mega gruselig und nervig, wenn dich die einangreifen Die siehst du richtig schlafen Wir sind auch, wir werden auf jeden Fall geradet Ich hab nur 30 FPS Lass mich raten, wir sind kurz vor zu Hause, ne? Ja Ja, die kommen 20 FPS nur noch Ja, sind sie zu Hause Und das müssen super viele sein Hallo Oh, wir haben ganz viel Fisch So, erst mal ein bisschen Munition sneaken hier Was haben wir denn? Ist das immer ein Ein Schuss nur, oder was? Mhm Hä, eine ganze Packung ist ein Schuss? Oder wir haben 24 Schuss Ist ja gar nichts Ich dachte, eine Packung ist ein Mac Ich dachte, eine Packung ist ein Mac Gleich eben, Kollege Okay, schlafen Vieler Fisch Achso, du hängst da auf Mhm Wir warten auf dich Ja, warte Ich mach mal eben mein Fenster zu Das ist ziemlich kalt hier Hier in seinem Schuss Einmal die Boll ausdrehen Äh Ich mach mal die Boll ausdrehen Ja Okay Okay Fuck Oh Oh, Wetter Oh, und unser Dings hat gehalten Feicher Warte mal, ist das jetzt? Im Laufe des Tages taucht das aber Cool Oh, Scheiße Viel besser als Schnee Oh, na Ja, unsere Köpfe sind weg hier vorne Hm Ja, vielleicht verderben die Hallo, Mist, Vio Also, was heißt verderben? Ja, aber You know what I mean Viech, Vieche, Viech Cool Viel, viel cooler Und das haut echt auf? Hm Wie heißen die Pflanzen hier nochmal? Mann, ich bin aufgewachsen Mit einem Teich vor der Tür, Alter Und ich weiß das nicht mehr Wie heißen diese Diese Dingspflanzen hier? Seerosen? Seerosen, ne? Hier sind schon Entchen Hm Ein schönen Frühling euch allen Hm Regen ist kacke Ja Ich bin bereit für Abenteuer Äh, ich hab Medizin bei Zwei Stück Ein Energy Ich hab dreimal Essen bei Ich hab Essen dabei Dreimal Energy Und Heal Okay Ich wär auch soweit Ich hab nochmal Ein Schuss Ich hab drei Ja, okay Ich bin auch ready Okay Dann holen wir erst noch Deinen Polizeistab Und dann gehen wir Okay Kevin, du machst Viechen, ne? Genau, Kevin Gehen wir mal zwei Viechen mit Oh nein, wenn der Fakke ist ab Hey, ich komm zu Mmh, mmh, mmh Mmh, mmh ist da was auch cool wäre genau so ein spiel anstatt mit kannibalen mit dinosaurier oder kommt glaube ich bald so ein ganz raus die rechts kann man looten glaube ich ja Ruckerharz warum das wäre doch voll cool so ein Dino Spiel man sieht aus wie Vin Diesel genau okay habe ich okay vielen lieben Dank für den Wieser mit dem neun okay vorstellen okay mein FPS fix hat nix gebracht alter absolut nicht ich habe 30 FPS was war hier drinnen die Hakenpastole glaube ich zumindest ja Houston we have a problem jetzt ne ich bin Welches Spiel gibt es schon? Gibt es so ein Dino-Spiel? Nee, das war nicht die Hakenhülle. Doch, das war die, das war die, Mila. Die haben wir nämlich die Dinger runtergeworfen. War die Hakenhülle nicht voll... Nee, nee, das war die. Nee, nee, das war die. Genau hier waren wir drinnen. Ähm... Das sind ein paar. Ja... Ich schock die. Die mach ich an. Aber ich hab keine Pfeile mehr. Ja... Und die haben wir solide erledigt, würd ich sagen. Kann man die nicht häuten? Doch. Ich glaub schon. Ich hab hier zwei auf jeden Fall, die ich immer häuten kann. Der geht auch. Okay, dann fangen wir da wieder an. Mila. Ich kann. Ich kann. Eins, zwei, drei. Drei, drei, tschuldigung, tschuldigung. Ich hab ihn noch erwischt. Ähm, so. Hier jetzt noch? Hier sind ganz viele. Ich kann. Ja. Ja. Ich auch. Eins, zwei, drei. Ja, der eine Schuss bringt mir nicht viel. Der hier? Ja, ich kann. Ich auch. 1, 2, 3. Das ist so ugly, diese hässliche Drecksrüstung. Ich kann. Ich auch. Auch? 1, 2, 3. Alle Bumperli. Oh, Mila, da kommt gleich noch das ganz dicke Ding, wo wir mit Zeitbombe werfen müssen. Ja, okay. Okay, ich kann bei dem. Ich auch. Achso, okay, warte. Ich auch. 1, 2, 3. Ihr bei dem hier? Ich kann. Ich auch. Ich auch. 1, 2, 3. Immer wenn ich über FPS meckere, müsst ihr eigentlich einen kurzen trinken. Das mit dem hier oben, haben wir den schon? Ja, den haben wir. Hier oben habe ich nur einen. Ja, ich kann. Dir auch? Ich auch. 1, 2, 3. Na, hier drin habe ich jetzt 70 FPS, das ist ja zum Mäuse melken. Wir müssen hier lang, Loco. Ja, aber hier gibt es noch ein Kreuz. So. Ein Kreuz? Der von Luis. Hier gibt es noch Pistolen-Munition. Und alles. Ich glaube, das Kreuz hilft sogar gegen die Mutanten. Scheiße, hier sind es zwei Dings, die ich nicht mitnehmen kann. Warte, ich gucke mal, ob ich das Kreuz habe. Wo ist denn das? Äh, da wo die kleine Angst auch ist. Und können wir den Bohrer nicht mitnehmen? Stimmt, aber der Zettel mit nichts, was die hier suchen. Hier kommt gleich so ein ganz ekelhaftes Ding, Alter. Hm. Und super viele Mutanten. Hier ist das. Macht das was? Hm. Kann man das nicht auch hauen? Nee, das muss das sparen. Wer wirft die Bombe? Mach schon. Guck mal, da ist der Twitch-Shit. Bam. Ekliges Vieh. Äh. Wir sind super hübsch. Ja, ja. Äh, Sigi, danke schon für den Primes. Aber herzlich willkommen, Bruder. Merci, merci. Äh, da haben wir Handgranaten geworfen. Granaten? Ja, ja. Ich hab eine. Kann ich? Ich hab eine geworfen. Ich hab acht. Ich hab schon geworfen. Ja. Oh, einer ist, glaub ich, hier vorne schon. Ja, wirfst du jetzt noch eine? Nee, ich nicht. Ich hab auch immer den weg. Oh, pass auf. Ja, ich mach den. Oh, einer. Oh, Mila und ich hatten letztes Mal... Oh, jetzt bist du davor gelaufen. Da lebt auf jeden Fall nur einer. Egal, machen wir die erstmal weg. Kommen wir hier hinten an. Nicht hier hinten. Komm, ich auch. Ich auch. Eins, zwei, drei. Hä, wir haben die Letzter mit zwei Handgranaten alle zerstört, ne? Ich glaub, das war nicht hier. Oh. Muss man eben kurz weg. Der ist hinter dir. Hab ich. Arschloch. Nach Mila musst du auf K. Ah, ich hasse das. Ne, diese Löcher. Boah, ich krieg Gänsehaut. Ekelhaft. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott. Tom, Tom. Da rennt aber noch was rum. Hier ist noch einer. Schock den. Du schockst den, ich hau den weg. Noch einer. Oh, nur nochmal so ein großer gleich. So ein kleiner. Kannst du ihn schocken? Oh, mein Gott, da sind noch mehr. Wo ist der hin? Oh. Er hat mich geschockt. Pass auf, ich hau dich. Das ist noch ein großer. Oh, Gott. Oh, mein Stab ist alle. Oh. Down. Any Primers? Oh, mal wieder am Beten. Oh, mal. Ist alles cool, Leute. Du musst nicht mehr beten. Du wirst ja nicht unverschämt werden, ne? Also ich. Wir sind überall ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot. Ist auch noch Medizin. Die eben genommen hast. Medizin hab ich voll, leider. Hallo, No Name. Da hinten ist noch einer. Steht es da? Wehe. Hast du noch was noch? Ganz viel los, nebenan. Was ist da los? Ganz viel los, Krankenwagen und so. Was passiert, oder? Ja. Was passiert? Weiß nicht. Okay, wir müssen vorne anfangen. Wir haben alle getötet. Ich hatte übrigens seine Angegriffe, Mila. Hier, der hier, ne? Ich kann. Ich auch. Mila auch? Mhm. Eins, zwei, drei. Oh. Oh, Gott. Oh, nein. Was ist passiert? Oh. Arschloch. Wo kommt der denn her? Hier hinten ist auch noch einer. Mila wieder die Nachbarn verboxt. Ja, kann. Ich kann auch. Ich auch. Eins, zwei, drei. Ihr müsst die mal hören, wenn die wieder randaliert, weil einer ihr Lidl-Prospekt geklaut hat. Hey. Ich will ja keinen Joghurt für 17 Cent. Ihr Wichser. Ich kann nicht. Ja, die Mila hat auch mal schon bei den Nachbarn eine Pissplatte gemacht. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Eins, zwei, drei. Weißt du, was das ist, Mila? Ne. Ne Pissplatte. Loco, weißt du das? Ich weiß das auch nicht. Soll ich euch das jetzt erklären? Junge, du kennst Begriffe. Ihr wisst das wirklich nicht? Ne. Warte. Ich kann. Wo? Hier, reicht's bei dem. Ah. Also eine Pissplatte. Oh Gott. Ich kann auch. Eins, zwei, drei. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das erklären soll, Alter. Erklären? Oh Gott, Alter, du. Oh nee. Warte, wie soll ich das erklären? Du kennst jetzt nicht, auch einfach nicht klar. Absolut Disgusting, Alter. Das ist super, aber fies, schreibt der Ruhrpott hin. Also bei uns im Ruhrpott kennt man das. Eine Pissplatte ist, wenn du, also vorzugsweise auf dem alten Backblech, ne? Wenn du da Pipi, also oder auf dem Teller, auf dem flachen Teller Pipi drauf machst und dann frierst du das ein. Hier, bei mir ist, hä, wo sind die? Die sind despawned? Die sind despawned, glaub ich. Scheiße. Und dann frierst du das. Warte, ich muss anziehen. Dann frierst du das ein, bis das so eine ganz dünne Scheibe ist quasi. Und dann schiebst du das deinem Nachbarn unter der Tür durch. Dieses gefrorene Pipi. Hier ist einer bei mir. Das ist einfach so eklig. Und dann wird das ja flüssig. Jetzt kann ich. Oh, schau hier. Oh. Das ist einfach so eklig, ne? Bitte. Bitte. Aber es gibt Menschen, die machen. Ich möchte einfach nicht mehr mit dir reden. Ist das... Es heißt ja nicht, dass ich das mache. Leider Batterien bei noch. Ich glaube, ich habe Batterien bei. Ich habe Batterien bei. Wenn wir die mal in den Rucksack schmeißen. Ich habe auch ganz viele. Da kommt irgendwas auf uns zu, glaub ich. Ja, da kommt... Oh, das ist so ein... Hab ich dir gegeben. So ein dicker ist das. So ein dicker ist das. So ein dicker ist das. Glaub ich. Ja. Schockt den. Du schockst den. Komm. Ach, Mila. Mila, Mila, Mila. Hau du den, komm. Ich kann. Ich kann. Ich auch. Eins, zwei, drei. Ja, du hast auf jeden Fall gefrorenes Pipi und schiebst ihn halt unterm Türschlitz. Und irgendwann wird er dann flüssig und der hat so Pipi dann in seiner Wohnung. Das machen... Es gibt Leute, die das machen bei Nachbarn, die absolut, äh... Ja. Man kennt es ja, ne? Absolute Asen. Es gibt halt Nachbarn, die nehmen keine Rücksicht auf andere Menschen. Die hören mitten in der Nacht Musik, obwohl Leute gibt, die arbeiten müssen und so. Bei dem wird das vorzugsweise gemacht. Also im Ruhrpott auf jeden Fall. Soweit ich weiß. Oh, das ist ein Doppelkrabler. Ein Krabler, oder? Oh, hier vorne auch schon. Oh Gott, oh Gott. Ich kommt denn nur der... Leeroy Jenkins! Hinter dir ist noch einer. Egal, haut die weg. Die können auch klettern, ne? Passt auf. Wir sind down. Die Frage ist, wer stellt sich einen Teller voll Lorien ins Gefielfach? Ja, da gibt es Leute, die das machen. Ich kann. Ich kann. Oh, ja. Eins, zwei, drei. Ich habe sowas noch nie gemacht. Oma, ich würde sowas auch niemals machen. Und ich hatte echt, echt, echt schlimme Nachbarn. Ich überlege jetzt. Superschlimme Nachbarn. Kann. Ich kann auch. Ich kann auch. Eins, zwei, drei. Ich kenne sowas, wo Leute zuerst von denen, weil die denken, dass die sich nachts im Flur entlernen. Auf sowas kommst du ja nicht. Ne. Warte mal, wir hatten doch hier gerade noch einen getötet irgendwo. Hier, hier, bei mir. Hat der. Ich kann. Ich hab's schon gerne. Ich auch. Eins, zwei, drei. Der ist eh übervoll. Ich hab's schon wieder keine Batterien mehr für den Stab. Muss vielleicht jemand anderes dann machen. Ich hab keine Batterien mehr. Warte mal, es gibt eine Shotgun, ne? Ja. Ich glaube, jetzt kommen Babys. Ne, du nicht. Das sieht aus wie so ein Großer. Und da sind Große und Babys sind da. Was auch immer der da macht. Der ist, oh Gott. Der kotzt die an. Der kotzt die Babys an, Alter. Wie abartig sieht das denn aus? Bah. Bruder, was ist das für ein Spiel? Was ist das, Alter? Gesund, okay. Ich geh den jetzt schocken. Das ist ekelhaft. Ne, lass erst die Babys wegfetzen. Sobald der kommt, schockt den einer. Oh Gott, der ist hier oben. Oh Gott. Das sind zwei. Das sind zwei. Ich hab alles im Griff. Du musst dich nur ducken, glaub ich. Der ist tot. Warte, erst mal looten hier. Der hat nämlich Geld dabei und so. Mani, 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 mani. Also ich kann hier bei dem. Ich auch. Eins. Ich auch. Drei. Drei. Das Kreuz hilft irgendwie die Mutanten. Ja, aber wir bringen die um. Und jetzt hier oben, der. Was denn? Da ist noch ein Baby. Wo kam dat denn, Herr Mila? Wo kam dat Baby denn? Wo kam dat Baby denn? Wo war er? Hä? Nicht von mir. Ja. Ich kann. Ein, drei, drei. Das ist absolut krank mit den Kindern, Alter. Ich frag mich, wo da die Twitter-Posts bleiben. Hör, man verkloppt irgendwelche Mutanten-Babys. Mit einer Axt, Alter. Oh, ich bin echt geschädigt durch Hogwarts Legacy und diesen ganzen Twitter-Beef, der da war. Jetzt vergleicht man immer und sagt, wo bleibt denn da dat und wo bleibt da dat. Also ich zumindest. Ich sollte, glaube ich, Twitter löschen. Ja, manchmal tut das ganz gut. Ich hab das nicht wirklich benutzt. Mutanten haben halt ja keine Lobby. Oh Gott, jetzt kommen wir hier hin. Da kommen auch nochmal vier, fünf Stück, glaube ich. Sag mal, hör auf mit dem Waterboat. Ach, diese Fledermann, ey. Oh ja, hier vorne. Oh Gott. Nice getting good. Bruder, ich hab die Taktik, Alter. Ehrlich, ich hab die Taktik irgendwie. Hier vorne ist ein ganz großer gewesen, den hab ich getötet. Also diesen hier. Kann. Die auch? Eins, zwei, drei. Ich erinnere mich an eine Geburtsszen in allen Details, den Mila streamt. Echt? In welchem Spiel? Was? Oh Gott, ja. Oh Gott. Da wurde ein Kind geboren? Ja. Das ist aber nichts Ekels, das ist was Schönes. Ja, ich war nicht bereit dafür. Tja. Eins, zwei, drei. Ich hab einfach vorher reingeschaut. Oh Gott. Letzte Zeit hab ich direkt nach mal aufwachen, so einen richtigen Mülltweet rauszuhauen. Einfach nur, um Unterhaltung zu werden. Es gibt ja super viele Troll-Tweeter, ne? Ich kann? Ja. Eins, zwei, drei. Wie diesen Young Glurack und wie die alle heißen, Alter. Am wildesten sind immer diese einen Tweets von Deleted-Tweets. Ich nicht. Jetzt eins, zwei, drei. Der Lucky hat damals gesagt, ich soll Twitter machen. Als ich angefangen hab zu streamen. Der hat mir auch erklärt, wie das funktioniert. Ich hab voll Rüstung. Ich kann. Ich auch. Eins, zwei, drei. Gestern hab ich ja auch wieder was gelesen. Ich möcht keine Namen nennen. Was war das denn? Hier lag Mutantenhund auf dem Boden. Dann ist der eine von uns wohl voll. Da ist noch so ein dicker. Der kannst du hier gelassen. Ja, ja, ich mach den alleine. Den brauchst du auch nicht schocken. Ich geh nämlich immer... So? Komm mal. Dann geh ich einfach im Kreis. Hm. Der hat mich voll gespuckt. Ich kann. Hallo, Spoon. Ich kann. Harte. Eins, zwei, drei. Gestern hab ich wieder einen absoluten Killer-Tweet gelesen. Und ich möcht keinen Namen nennen. Aber? Es gab ja bestimmte Personen, die sich aufgeregt haben wegen Hogwarts und so. Und von wegen, alle wären blockiert, die da spielen. Und alles Müll und bla bla bla. Und dann gibt's jemand anderen, der hat getweetet. Oder es gibt mehrere andere, die tweeten gerade gegen diese Person. Von wegen, du hast vor einem Jahr noch Werbung für TikTok gemacht. Und TikTok kommt aus China. Und in China werden ja, ne, gewisse Leute da. Ja, das wollen wir auch nicht näher eingehen. Also ist ganz schlimm. Und warum ist Hogwarts Legacy schlimm? Aber du gehst auf der Gamescom zum TikTok-Stand und machst Werbung für TikTok. Du weißt halt, ich mein Bomber, ne? Das ist halt, Alter. Jürgen, die sind sich da so am Biefen die ganze Zeit, ne, alle. Ja, Daim, das ist doch besser so. Selbst Stay, also als ich letztes Mal Stay geguckt hab, selbst er hat gesagt, der benutzt Twitter nur noch, um diese automatische Dings da rauszuhauen. Das ist das Einzige, weil der tweetet. Da muss man sich von distanzieren, von allem, Alter. Junge, da gehst du ja kaputt in die Beine. Ja, wollte gerade sein. Da gehst du komplett, du gehst komplett Bruch, wenn du dir den ganzen Tag so einen Scheiß einziehst. Oh, ganz viele Seile. Und jetzt kommt doch die Knarre, oder? Wir haben aber letztes Mal nicht weiter erkundet hier, Mila. Ich weiß nicht mehr genau. Ich hab Twitter kurz nach Musik gelöscht, bis heute nicht beholt. Nach welcher Musik, Oma? Geht's nach links und geradeaus? Ne, wir müssen geradeaus. Das weiß ich noch. Und links sind wir nie gegangen. Weil wir nämlich dann runtergegangen sind. Ach, Mask. Ne, wir sind links gegangen, weil das so eklig aussah. Wir sind voll reingegangen. Ja? Ah, hier ist er. Ja, ja, ja. Ne. Hier ist er doch. Hier ist noch ein Zettel. Missing CEO. Okay, dann hab ich mich vertan. Sorry. Ist ja nicht schlimm. Haben wir wenigstens ein bisschen Munition gefunden. Mann, ich hab mich verlesen, Bumpfer. Ich achte nur auf das Spiel. Okay, wir werden geradet. Ich hab super low FPS. Ach, stimmt. Wir sind hier reingegangen wegen den Dings. Nein, wegen den Steinen. Ja, genau. Hier ist das so eklig zugelölt. Überall. So sieht das in meinem Ohr aus. So sieht das in meiner Nase aus. Oh Gott. Ich hatte ein bisschen Panik, Alter. Ja, das sind nur Babys. Warte, ich schwätz die weg. Eine Babykloppe. Alles, was dich bewegt, ist weggehauen. Ja, du darfst halt nicht nahe kommen, wenn ich sag, ich schwätz die weg. Hier liegt noch Essen. Wart mal, ich esse mal jemanden, dann kann ich das mitnehmen. Das Spiel geht einfach nur den Alltag der Allgemeinheit wieder. Man sieht halt, wie dünnhäutig die Leute geworden sind. Weißt du was? Weißt du, was das große Problem ist, was ich immer sehe? Die Leute verteidigen immer ihren Standpunkt und ihre Sachen. Aber nur, wenn das für ein Vorteil für die sind. Für die selber. Wisst ihr, was ich meine? Und alles andere, andere Meinungen, andere Ansichten, ist alles scheiße. Kompletter Müll. Und bist du nicht meiner Meinung, bist du ein Wichser und du sollst gecancelt werden. Oder du wirst blockiert von irgendeiner Bubble, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht unbedingt gecancelt, aber auf jeden Fall. Ja, aber du wirst dann blockiert von irgendwelchen Leuten. Ja, es ist so keine Möglichkeit wirklich, dass man reden kann oder so. Bei manchen Sachen absolut okay, Alter. Wenn man sagt, jo, was du da machst. Oder deine Meinung ist absoluter Müll. Ganz klare Sache. Aber es gibt auch harmlose Dinge. Wo ich... Oh, warte, ich mach den. Es gibt doch harmlosere Dinge. Und selbst da passiert das. Und dann ist das trauriger. Okay, ich kann hier. Ich auch. Ja. Eins, zwei, drei. Und das ist das Problem bei diesen harmlosen Dingen. Wenn das da auch passiert. Weil dann, dann werden die Leute nämlich maultot gemacht. Dann haben die Angst, dann... Stellt euch mal vor, einfach so ein Streamer, der keine Ahnung, Alter. Der vielleicht nicht so groß ist und nicht so eine... Im Internet eine große Stimme hat, sag ich mal. Warte, ich fetz den wieder. Mein Spezialhütter. Wie die Leute sich dann unterdrücken lassen und leiden lassen von sowas, ne? War wenig... wenig fest, was harmlos ist. Der gesunde Menschenverstand, würde ich sagen. Ciao. Eins, zwei, drei. Ich würd sagen, der gesunde Menschenverstand. So, make love, no door. Wenn irgendeiner mit rechtsradikalen Gedankenmut kommt oder so, ist das gesunder Menschenverstand, dass das absoluter Bullshit ist. Und dass der sich ficken gehen soll. Wenn ich aber... Oder wenn jemand anders der Meinung ist, dass... Weiß ich nicht, dass der vielleicht nicht unbedingt Veganer sein muss. Weil denen das irgendwie nicht so nahe geht, wie anderen Menschen, was mit den Tieren passiert, so. Dann ist das im Kern, ist das schlimm für die Tiere, klar? Das ist ein großer. Ist das schlimm für die Tiere, das ist ganz klar? Aber du musst den jetzt nicht deswegen umbringen, Alter. Ja, auch, Loco fehlt noch. Jo. Eins, zwei, drei. Es ist immer eine Frage der Perspektive und der eigenen Einstellung. Das stimmt. Das stimmt schon. Aber bei gewissen Sachen sollte man einfach keine... Dann darf eigentlich die Perspektive und alles nicht interessieren. Wie jetzt, ne? Wie bei rechtsradikalen Sachen oder sowas. Oder Rassismus und so ein Shit. Also wirklicher Rassismus. Nicht virtuelles Blackfacing. Und was die da reden. Hier ist es. Hier. Also nicht in dem Videospiel. Wenn das im Theater gemacht wird, heutzutage noch. Okay. Und das ist auch nur meine Meinung. Und nimmt übrigens nicht alles, was ich sage, immer komplett für ernst. Ich finde auch manchmal nicht die richtigen Wörter. Oh. Da sind drei so ein Doppel-Crawler. Oh Gott. Ich finde auch manchmal nicht die richtigen Wörter dafür. Aber ich habe nichts Negatives im Sinn. Ich habe mir die ganze Rüstung fast verfetzt. Oh Gott. Oh Gott. Stand-Lock. Ich meine, wir alle... Ich meine, wir alle... Ach so wissen, dass rechte Sachen Müll sind. Aber stell dir mal jemanden vor, der es nicht anders kennt, weil der so aufgewachsen ist. Ich kann. Eins, zwei, drei. Ich verstehe, was du meinst. Aber kann man nicht erwarten, dass man ab einem gewissen Alter selber dahinter kommt, dass das absoluter Müll ist? Du hast... Du hast das Wissen der Welt vor deinen Füßen, so durch das Internet und alles. Du musst ja nicht mal wirklich auf... Eins, zwei, drei. Du musst ja nicht mal wirklich auf Nachrichten sowas vertrauen. Du kannst dich doch selber belesen. Ja, das ist... Ja, 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 ja. Das ist schon schwierig. Ich kann. Das ist... Warte, bei welchem? Ich kann nicht. Ich kann hier den... Ach so, ja, ich kann auch. Eins, zwei, drei. Ja, das ist... Ja, das ist schon schwer. Ich weiß, was ihr meint. Ja, das ist echt schwer. Oh Gott, Alter. Aber dann fiel mir ein, kein Twitter mehr. Nicht, wenn du es in deinem Leben anders erlebst. Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich komme ja, ich selber komme ja auch aus einer Bubble, so, ne? Also Real-Life-mäßig, wo ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin und so. Ich bin halt multikulturell aufgewachsen, ich habe super viele Freunde, die kommen aus super vielen verschiedenen Ländern. Und deshalb kann ich so etwas wie Rassismus überhaupt gar nicht verstehen. Also absolut, absolut null. Halt nicht nachvollziehen, wie man so denken kann oder so sein kann. Und so sind die dann halt auch aufgewachsen. Die kennen halt nichts anderes. Oh, wir sind raus jetzt, ne? Ja, ich glaube schon. Man muss dafür aber auch selber reflektieren können, weil das können die wenigstens. Ach, die sollen sich alle ficken, Alter. Äh, siehste, und deshalb, weil das so kompliziert ist. Und weil das niemanden gibt, der das einfach entscheiden kann, wie Dings das schon geschrieben hat, ne? Wie der Prev das schon geschrieben hat, wenn ich das richtig ausspreche. Oh Gott, wir haben Ups. Oh Gott, ist das dunkel. Aber raushalten ist halt auch immer kacke. Wir müssen unbedingt irgendwie nach Hause finden. Oder machen das so. Oh, kein... Oh, da war einer. Oh, der steht immer nur da. Warte, ich knell den ab. Brett, Junge. Da kommt noch einer. Da kommen noch welche. Können wir das Thema wechseln, wie das politische... Ja, machen wir auch. Noch ein Auber in dir oben. Ja, hier sind zwei. Reden wir über Bananenpizza. Absolut widerlich. Ich bin auch... Nochmal zu abschließenden Worte da zu finden. Ich bin auch nicht der Mensch dafür, der über so Politik-Quatsch reden kann. Weil ich wie... Oh. Weil ich halt, wie ich gerade sage, nie die passenden Wörter dafür finde. Und dann klingt das immer alles weird. Da sind Leute wie Stay und so. Also ich kenne eigentlich nur Stay. Wenn wir eben nach Hause gehen, ich würde kurz was essen wollen. Ja. Das ist die Medizinin. Die sind da viel besser. Das ist viel besser drin. Und damit machen wir das jetzt zu hier. Okay, lass den einfach. Kennst du das Spiel We're Here Forever? Glaubt, das wäre was für dich und Mila. Nee, kenne ich nicht. Kennst du das, Mila? Ich kann das nicht aussprechen. Ja, das wollte ich schon mal mit dir spielen. Ja, ehrlich? Ja. Warte mal, wie machen wir das jetzt mit der Seilbahn? Beziehungsweise wie verbindet man zwei Sachen? Du musst einfach den ersten Schuss setzen, dann gehst du an den Punkt, wo du den zweiten haben willst und dann sind die miteinander verbunden. Tief zu ihm. Und Bananenpizza ist widerlich. Wenn wir von normaler Pizza reden. Ist so wie Textu. Okay. Hier links ist ein Lager. Ach, du hast noch gar nichts gegessen heute, Mila. Ich glaube nicht. Wie schlafen. Ach so. Das macht ihr alle den ganzen Tag. Ich mach dir nix. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Pause, krank, scheiß Corona. Gute Besserung. Der Wien, wo ist Fisch? Hat er nicht genommen. Der See ist aufgetaut. Ja. Jetzt den Heimtag schon am Blender. Ich verliebe meinen Verstand. Warum? 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 Und unsere Konstruktion hat. Das heißt, wir können echt im Winter... Aber war das, wenn wir im Winter auf dem Eis eine Base gebaut hätten? Mit so einer Brücke. Vermutlich würde die schweben jetzt. Oh. Ist ja gar nicht jetzt so. Sieht schon... Ich muss echt sagen, das sieht schon cool aus hier. So, ich geh mal eben einsortieren oben. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Hier sind Steine. Ich packe das einfach hier einfach rein. Konserven. Hier ist Munition. Es gibt eine Shotgun. Ich will die finden. Wie kann ich denn hier was reinlegen? Obwohl das... Mit C, ne? Mhm. Wenn da kein C steht, dann ist... Ah. Das Faschen. Ah. Ah, Junge. Was mache ich denn dann da immer das Ding auf? Das Faschen. Das ist ja dann super easy. Aber ich hab doch, ah, das ist voll. Dann machen wir das da hinten rein. Wir müssen mal craften, ne? Was denn? Ja, mollis und sowas. Also fair craften alle. Ja, stimmt. Das haben wir echt viel Stuff, ey. Ja, oh, wir haben super viel Stuff. Aber wir brauchen das doch alles. 3,5 Minuten. 3,5 Minuten. Ich, boah, weiß ich nicht. Don't know. Du meinst jetzt so einfach im Wald gehen und dann versuchen da so ein Shelter zu bauen und sowas? Und selbst Versorger zu werden? Ich glaube, ich würde das nicht schaffen. Ich glaube auch nicht. Richtig. Dahinvegetieren. Du willst auf mich aufpassen, Bomber. Du. Wie soll man denn Essen bestellen? Das war's. Du bist so einfach, was solltest du machen? Du bist so einfach. Du kannst nicht einsam. Ich glaube, ich weiß nicht. Du kannst besser schießen. Ich kenn mich mit Pflanz und Pilzen und so weiter aus. So klingt sich geh nix aus, Junge. Halt Mohl. Warte mal, wir brauchen ja gar keine... Wir haben ja bis zum nächsten Winter jetzt Zeit, die Mauer hier fertig zu bauen, ne? Ja. Brauchen wir die ja noch gar nicht hier. Ich glaub, dem Bomfer kein Wort, der kennt sich mit Scheißdreck aus. Sollen wir hier ein schönes Lagerfeuer machen auf der Plattform? Ja. Hier. Ja. Halt, und dann muss man Steine in die Hand nehmen? Ich kann durch die Plattform trinken. Hast du noch einen Stein? Ja. Musst du da dranlegen. Kennst du dich echt damit aus, Bomfer? Ich glaub dir kein Wort. Oh, das ist hier kaputt, glaub ich. Oh, das ist hier kaputt. Das ist ein bisschen schief. Hast du schon so einen Reparaturhammer gebaut? Ne, das ist aber nicht kaputt. Oder? Bei mir sieht das kaputt aus. Da ist ein Stock. Ich baue mal so einen. Stein. Seil. Ich meine, alleine würde ich es nicht machen, aber... Stock. Deine Gruppe ist ja nicht wie sie im Server for Swine, nur dass man halt nichts mitnehmen darf. Man muss sich alles... Alles Sperrbär erbauen. Oder ich glaub, du unterschätzt richtig, wie anstrengend sowas ist. Ja, war ein bisschen kaputt. Echt? Warum sind denn hier schon wieder große Steine? Ich hab die doch gerade jetzt aufgesammelt. Oder respawn die hier? Ich glaub, die respawnen auch super schnell. Kevin, warum holst du kein Viech? Kevin, holt Viech! Viech holen und fallen lassen. Wuchtig. Ich hab Hunger. So. Wo sind Menge Viecher? Hier vorne. Oh Gott. Können wir diesen... Den Fisch können wir nicht lagern, ne? Vielleicht, wenn er getrocknet ist. Kann man den nicht räuchern? Selbst gebratenes Fleisch verdirbt ja auch irgendwann, aber... Ich glaub, bei getrocknetem sieht das nicht... Aber Geräusch hat das geschält länger. Können wir nicht mehr... Ist schon alles voll mit dem Essen? Dann behalte ich hier in der Tasche. Hab ich den noch viel... Wir müssten eigentlich noch so... Mache ich auch, warte. Koppengestellt. Koppengestellt. Den drüben. Den drüben. Den hier. Dach aus rüberschießen. Wo? Und nicht ein bisschen weiter weg? Können wir auch. Wir können damit auch Holzstämme transportieren, ne? Aber dafür haben wir den Fluss, ja. Ja. Weiß nicht, was wir noch machen könnten. Ach, was mach ich denn? Wir sollten mal, ne? Ein Regal noch bauen. Und da die luftgetrockneten Fische reintun. Und gucken, ob die verderben. No. Wir haben oben noch ein Regal. Da können wir die reintun. Ich ernte die mal ab hier. Äh, okay. Ich hab jetzt zwei Dried Fisch. Boah. Was war denn? Ich bin gut voll, du. Ui. Okay, anscheinend, wenn man die abnimmt und die fallen lässt, sind die nicht mehr dried. Wir testen das jetzt mal mit den Fischen, Miele. Wenn die gedreit sind. Dried. Okay. Ob die, ob die verderben, weißt du? Das hier unten, mach ich kaputt. Kaya, vielen lieben Dank für den Primes-Up im 24. Monat. Zwei Jahre, dankeschön. Das mach ich kaputt. Ähm. Was hab ich gemacht? Ich hab, äh. Ich hab, ich hab die Treppe kaputt gemacht. Hm. Oh ja. Das hast du. Mann, was mach ich hier? Ich kann... Ich kann den Stamm nicht ab. Hau ich den kaputt. Wie dann? Jetzt obere Etage zusammenfällt, ne? Ist alles weg. Speicher schon. Warte mal, ich kann den nicht mehr nach unten. Vielleicht stört der Bett jetzt. Wird mal wegmachen. Ja, mach mal kaputt. Hä? Warte, vielleicht ist der kaputt. Warte mal. Oh Gott, was mach ich hier? Was passiert hier? Haha. Nein. Gott. Jetzt hab ich den kaputt gemacht. Was hast du getan? Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, als wir hier ankamen. Äh, gerade eben haben wir gespeichert. Kommt drauf an, wann Mila gespeichert hat. Ja, ich hab gerade eben gespeichert. Ja, ich glaube, so im Nachhinein da zu reparieren, ist schwierig. Mila, wir müssen neu laden. Aber ich hab gespeichert, da war die Treppe schon kaputt, ne? Wir müssen, wir haben ein Problem hier dann, Alter. Ähm. Ich versteh' nicht, aber das liegt an dem hier. Der will jetzt... Oh Gott, was hab ich gemacht? Hahaha. Wo kommen die Balken her? Ja, der will nach Dings snappen, aber... Irgendwie muss das weg. Ich glaube, dazu müssen auch die Balken her. Ne, rechtsblick hab ich auch schon probiert. Ja, die, oh Gott. Pass auf, pass auf, nicht, 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 nicht. Lass das Lager drüber. Äh, wir müssen die... Warte, wir müssen... Lass mich das mal machen, Loco. Ja, 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 mach du das mal. Dann bin ich wenigstens nicht schuld. Stell mich in die Ecke und... Ess meinen Salat und schau dir dabei zu. Aber warum kann ich... Ich versteh' halt... Oh Gott. Oh, warte kurz. Oh Gott. Ähm. Wie sieht unsere Bude aus? Warum kann ich den hier... Ach Gott, Alter. Der muss hier irgendwie... Hüah! 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 Naja, hallo, Alumi übrigens. Ja, das ist super, dass das hier funktioniert. Warum kann ich den aber nicht abbauen? Vielleicht wegen dem Lager? Ja, da war eine Million Steine drin, ne? Hat jetzt... Kaputt einfach. Nein, der Lager ist weg. Aber da waren nur Steine drin. Na, jetzt geht. Bliet! Oh, oh. Aber nur, sagt er, das waren richtig viele. Das Problem ist, dass wir das hier das gleiche machen müssen. Oh Gott, einer muss hoch. Muss das Lager leer räumen. Oh Gott, da sind zwei Stück. Ey, wir sind am Arsch. Kannst du nicht so schon Treppe bauen? Mila, wir müssen neu laden. Nee, das geht nicht. Mila, wir müssen neu laden. Aber ich hab gespeichert, da war die Treppe schon kaputt, ne? Ja, egal. Okay. Und jetzt wieder ein, ne? Nochmal! Ich hab voll Hunger. Wir haben 10 Uhr schon wieder, Alter. Was war da jetzt ein Seilrandknoten? Das war da aber hochklettern. Nee, wir können ja kurz zwei Regale draußen bauen und das leer machen. Die zwei, dann reiß ich das nochmal ab. Auf der einen Seite war ja alles gut. Ja. Aber warum hast du denn gespeichert gerade in dem Moment? Der gibt keinen Sinn. Ja, weil ich das nicht gesehen hab. Ich hab 15 FPS. Was ist denn hier jetzt los? Okay. Okay, ich bin oben. War super lecky bei mir irgendwie. Ja, bei mir gerade auch. Aber geht... Ey, Junge. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Ey, das ist nicht wahr hier. Ey, wir müssen neu laden. Das kann nicht wahr sein, Alter. Wir müssen neu laden. Halt das Maul, Alter. Ich wollte doch nur das Bett wegmachen, Alter. Dann hauch ich den Balken da weg, Alter. Mann, nein. Das ist so verfluchter Tag heute. Es krieg ich da jetzt halt nicht hin. Das ist so kacke, Alter. Ach, ja. Halt, Maul. Halt, Maul. Ich hab da eben mit dem Messer abgebaut. Was hast du abgebaut mit dem Messer? Das Bett. Ja. Ich hab einfach mit der Angst geschwungen, Alter. Diesmal schau ich mir das auch mit an. Das will ich jetzt mal sehen. Halt, Maul. Ja. Spannende Musik. Komm mal, das muss gar nicht weg. Wir müssen jetzt eben draußen zwei neue Regale bauen. Wir müssen uns eine Lage mal leer räumen, hier zwei. Ich hab keinen Platz mehr, weil alle Lager schon voll sind. Ja, ich, Mila. Ja, wir müssen die beiden leer machen, damit wir das abreißen können. Nein, nicht das hier, die hier. Oh Gott, das fällt auf den Boden. Die leer machen und dann hier draußen gehen kurz hin. Wie hast du denn nicht Holz? Keine Ahnung, kann wieder der Bug sein, müssen wir wieder abreißen. Nichts drauf geachtet. Ja. 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 Das hier ist leer, ne? Dahinter sind noch Sachen. Das kann doch nicht sein, dass die Lager schon voll sind. Ich kann das hier irgendwie auch nicht rausnehmen. Da oben ist bei mir gar nichts mehr. Bei mir lag da noch C4 Uhren und irgendwas anderes noch. Das Ding. Vielleicht nicht mit der großen Axt. Der will mich doch verarschen, Alter. Warte, soll man nicht eben speichern? Und? Mila, speichern mal kurz. Damit wir nicht Dings, falls ich jetzt verkacke. Hey? Was? Mhm. Ähm. Oh, der Dregal ist weg. Oh nein! Halbe Dach, ein bisschen Wand. Aber reparierbar, theoretisch. Mila, warum bist du disconnected? Mila, warum disconnectest du? Damit wir neu laden können. Hättest du jetzt nicht machen brauchen? Hättest du jetzt nicht machen brauchen? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Mann, ey. Jetzt bitte nicht einfach wieder disconnecten, ja? Mhm. Äh. Äh. Ütså. Ich hab keinen Bock mehr bekommen, INFP. Schau cors gebracht. Okay, den, warte mal, da muss ich den. Also eigentlich könnten wir auch immer den Schrägbalken nehmen, um hochzukommen. Dann kommen wenigstens die Mutanten nicht hoch. Der hämmert da rum, Alter. Ich höre das. Bruder, übertreib mich. So, das ist ein Reparaturhammer. Ach so. Manchmal kannst du nämlich die Struktur nicht abweisen, wenn das kaputt ist. Aber du kriegst hier die Bodendinger auch nicht raus. Die Frage ist jetzt... Ich könnte die Wand hier noch abbauen. Vielleicht, wenn die Wand weg ist, vielleicht kannst du den Boden dann machen. Warum haut der immer? Ich schmeiße doch nicht weg. Ich hasse mein Leben so sehr. So, jetzt kannst du den Boden raus, ne? Du kannst das aber immer noch nicht... Jetzt kann man den wegnehmen. Oh Gott. Wenn ich den jetzt hier wegkloppe, ne? Warte mal. Vielleicht müssen nur noch die Bodenplatten hier weg. Warte, warte, warte. Vielleicht kann man das nur öffnen. Kannst du den immer noch nicht wegmachen? Die Bodenplatten gehen raus. Okay, jetzt kommen wir jetzt. Okay, okay, wir haben es. Oh Gott. Jesus. Mann. Was ist denn jetzt los? Warte. Jetzt geht das nicht wieder rein. Doch, doch, warte. Hä? Oh Gott. Warte. Oh Gott. Kannst du kommen? אihaz? Ich bin überrascht, warte, ich weiß nicht, wie viele da kommen, ich hab's jetzt nicht Ja, wir haben schon wieder Infinity-Dings Weiß ich So Okay, einer drin Da hinten sind noch zwei und von oben kommt noch einer Vorsicht Wir haben Infinity-Wood die mit der Moske jetzt verscheichen Ich wollte die mal ausprobieren Wo doch nicht, wenn die schon zu aggressiv sind Okay, nein, das sind wir auch nicht Der kann das bieten Der kann, den kannst du nicht shoppen Okay, wir haben kein Infinity-Wood mehr Oh Jesus Maria Lass mal mein Brot beißen Lass mal mein Brot beißen Schnell speichern Mila Ja Ich komm gleich Okay Alles wieder Picobello Räum und spricht mir nicht Mir egal Heute ist ein scheiß Tag Ich komm So Ich komm Jetzt Soll mal kurz die Schaufel nachholen Dann würde ich, dann würde ich nicht aufhören, dann machen. Ja. Habt ihr nochmal Bock zu helfen? Hm. Hm, ich mach grad draußen noch weiter. Wow. Hä? Guck, ist das still? Ja. Guck, ist das still? Guck, ist das still? Guck, ist das still? Guck. 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 Hm. Vielen Dank. Okay, wir haben irgendwas verbuggt. Du hast auf den gleichen Slot zugegriffen wie ich. Und die Sachen sind weggebackt. Anscheinend. Besser nicht machen. Okay. 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 Da hinten drüben liegt glaube ich auch noch eins. Ich kann die ganzen Dinger hier nicht nehmen. Ja, vielleicht sind die auch alle nicht mehr so richtig da wie eben beim Rausnehmen schon. Wieder gleich mal schauen. Okay. 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 Ja, kann man. Ich muss aber essen und trinken. Okay. 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 Das ist immer noch so viel drin. Ich kann das nicht nehmen. Also ich höre zwar ein Geräusch aber ich glaube das ist leer. Ich muss mir gleich mal schauen. Ganz kurz schlafen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gedupet haben. Kann gut sein. Irgendwie ist in dem Spiel auch nicht möglich. Ja oder das ist das, was ich mir inventate. Lass kurz schlafen gehen, Mila. Dann schau mal oben bitte, ob das Regal leer ist. Da ist leer. Okay. Bei mir nicht. Da ist ja noch so ein Stück Tür. Ja, die Tür habe ich da gemacht. Wir sollten echt mal die ganzen Sachen craften. Also die Bomben und sowas. Ja stimmt. Dann haben wir auch nichts. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir werden, glaube ich, geradet. Ich habe Low-FPS. Der Bug ist fertig, ja. Können die irgendwas sehen? Ähm, ja, hier bei mir. Äh, nee, doch nicht das Loco. Hm, geil. Ja, aber der sitzt ja im Wasser. Oh, aber doch, hier ist auch einer im Wasser, ja. Hm. Was ist denn, wenn wir die... Junge, der Calvin ist der Beste, Alter. Täglich frische... Hallo, Dom Bilbo. Okay, ich stein hier. Ja. Ja. Okay. Das Game ist cool. Können wir die Schaufel jetzt gleich noch holen, Mila? Jo, gerne. Ja, können wir gleich machen. Ich bin fast fertig draußen. Ich glaube, ich bin voll damit. Ich bin fast fertig. Die kannst du ja mitnehmen. Was ist denn hier los? Wofür ist eigentlich das Geld? Also im ersten Teil war das nur dafür da, um Feuer anzufachen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das hier auch so ist. Wir haben super viel Staff, Alter. Schein für Automatenfeuer machen, Münzen und Bomben zu bauen. Ja, Münzen weiß ich. Nein. Vielen Dank. Also ich wäre ready. Hier ist auf jeden Fall wieder ein MPC. Naja, wir drüben auch gerade eingekillt. Das ist halt so low, dass man da dann die FPS sofort merkt. Da oben rennt irgendwas. Wird doch nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Aussichtsturm. Weil jetzt mit der Mauer... Oh, Baby ist hier vor der Welt. Äh, treffe ich den nicht, oder? Da können wir ja klarkommen aufs Dach. Wir können über dieses Schrägen drüber. Das ist die Story mit der Schaufel einmal fertig. Wir warten gerade nur auf Mila. Aber die kämpft gerade gegen den Baby. Okay. 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 Was machst du denn, Mila? Ich mache gerade die restlichen Zäune. Ich bin gleich durch. Nur noch ein paar Steine sitzen. Ja, dann könnten wir eigentlich bei dem Vogelnest zwei Dinger wegmachen, ne? Hier, guck mal. Deiner Eingang für die Vogelnester. Ach so, ja, ja, ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay? Ich glaube, dem fehlt noch der Zettel. Man gibt dem den. Das ist unser Knochenlager voll. Vielen Dank. Da kommt einer, ein roter. Achso, du hast um die ganze Mauer das gemacht jetzt. Boah. Ist aber bisher nur einer. Können wir jetzt die Schaufel holen hier gleich, ne? Ja, ich bin schon ein bisschen vorgelaufen. Ja, wie? Ich bin auf dem Weg dahin. Ja, aber wir werden gerade angegriffen. Ja, mach doch. Hallo. Na, komm her. Ja, komm. Ja, wie? Ich kann ja einfach durchlaufen. Da müssen wir vielleicht mehrere machen. Ah, der ist da reingelaufen. Nee. Das ist ja das Problem, ist mir lau. Ey, wie oft fliegt in den Kuh, Mann. Oh, lieber Kuh. Ich kann dir sagen, was das Problem ist. Und das tut mir sehr leid, wenn ich dir das sage, aber die Abstände sind zu weit. Ja, deswegen sag, das habe ich doch gerade auch gesagt. Wenn noch mal einen dazwischen kommt. Keine Kritik, aber du musst mich nicht wiederholen. Oder man macht einfach vereinzelt noch mal hier hin. Ja. Okay, sollst du ein Loko? Wo ist Loko? Da. Ja. Ja, oder noch mal eine Reihe davor. Es muss ja auch kein hundertprozentiger Schutz sein. Es wäre dann auch langweilig. Es soll uns ja nur davon helfen, dass die nicht alles kaputt schlagen. Dabei helfen, meine ich. Ich muss mal trinken, ja? Der geht nicht. Wir werden verfolgt vom Gibi-Wöbbler. Boah, guck mal, wie schön das aussieht mit dem Berg hier wieder. Und dem Wasserfall. Ja, okay, dann nicht. Was? Guck mal, wie schön das ist. Gibi-Wöbbler war gerade bei mir. Guck mal. Ja, ich kenne das. Hinter uns ist der irgendwie. Ja, der will nur in deinem Ohr knabbern. Lass den. Keine Duftkerze, gerade im Essen. Aber weird, dass es diese Lager gibt und da merkst du das nicht an der FPS, sondern nur, wenn die gespawnt werden in der Nähe von deiner Base. Die Steine sind. Die Glöcker sind voll. Chat ist müde. Dann wieder 11 Uhr gleich. Da ist der Luke da. Warte mal, hier waren wir doch schon. Der Typ in der Mitte hat diese Zwille noch, diese Schleuder. Wir waren hier, als wir nur zu zweit gespielt haben. Ah, stimmt, die Zwille. Und hier liegt Geld. Das ist der Gibi-Gobbler. Gibi-Gobbler, hohe ab. Warte mal, warte mal, der hat die Dings rumgehauen. Die Schandteil. Boah, die wäre fast gestorben, hätte ich das nicht gesehen. Böser Gibi-Gobbler. Böse. Lass die Schandteil in Ruhe. Ja, ich werde dein Blut trinken. Kann Mila den Chat lesen? Ich weiß nicht, ob die ein Streamer hat. Mila? Hm, ja? Warum hat die Schandteil eigentlich die Knarre nicht mehr? Ähm, die muss man ihr immer wieder geben. Echt? Ja. Kantal, du wartest hier. Ich habe gerade dein Brot plus Kakao gegessen. Bin wieder satt. Ich habe jetzt auch mein Brot fertig. Ja, Latshaus, bestimmt. Da unten ist noch eine Sauerstoffflasche. Oh. Hier unten. Ah, hier, Mila. Äh, zu spät bin schon geseilt. Wie, du hast den abgeseilt? Ah. Ich dachte, Loco wäre auch schon rüber. Wart mal, wie komme ich jetzt hier rüber? Muss ich die Knarre benutzen, ne? Oben ist ein Seil. Nein, das ist... Oder kann hier immer nur eine einzeln? Bei mir ist so ein Gehtnicht-Symbol. In dem Feuerzeug. Aber du hast das Ding, oder? Ähm, wo sehe ich das? In dem roten Koffer? Nö. Warum habe ich das nicht? Hä? Wie? Ah, ich habe nicht gespeichert. Oh Gott. Oh Gott. Egal, geht ihr die Schaufel. Aber du brauchst die auch. Die ist super wichtig. Sind die Mutanten jetzt immer noch in der Höhle, wenn ich da hingehe? Hm, meine nicht. Glaub nicht. Ne, hol dir die ruhig. Ich mache hier draußen Sachen. Das Ding ist, wir kommen hier sowieso gar nicht mehr zurück jetzt. Wir müssen jetzt hier durch. Ja, aber du hast... Ja, ich hatte nicht gespeichert gehabt. Ach, das ist doch so kacke, das Game, Alter. Ehrlich. Guck ich mir irgendwie ein Grafik nochmal. Freudesymbol. Jetzt haben wir unter Dings an. Hier ging es nicht weiter, ne? Na, ich glaube, wir müssen nämlich hier tauchen. Deswegen brauchten wir die Tauchausrüstung. Hier ist auch noch so ein Taucherding. Ah, hab ich, glaube ich, eingesammelt. Ne, Mila hat ja gespeichert. Mila ist der Host hier. Warte, warte doch, wir kommen hier zurück. Geht's los. Hm, dann hol ich mir mal irgendwo hier die Taucherflasche. Böse Gibi Goblach. Achso, sollen wir dann trotzdem durchgehen, schön, oder? Böse Gibi Goblach. Ja. Wuhu. Hier lege ich mal mein Tauchzeugzeug an. Okay. Und, ach, nee. Doch, ich glaube schon. Echt? Ich glaube, du bist woanders runtergeschwimmert. Ich seh' dich nicht mehr, Loco. Loco, du hast mich allein gelassen, Loco. Ich bin alleine. Ich hab' Angst. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du noch im Wasser? Ja. Warte, ich komm noch zurück. Du bist so langgeschwammt. Ich bin nach unten. Du bist dann abgebogen. Ich komm noch mal zurück. Ich seh' euch in der Map. Zu mir. nach unten. Wo war denn die Höhle? Die war... Oder ist das so ein lilanes Ding? Ausrufezeichen? Nee, nee. Die war von unserer Base aus. Weißt du noch, wo der Polizeistab in etwa war? Ja. Daneben ist ne Höhle. Das war die. Ah, okay. Dann geh ich da mal kurz join Adventure machen. Oh, hier wartet direkt so ein Vieh. Glaub, der bist. Ja, hallo, Mila. Du strahlst seine Ruhe auf den beiden Jungs aus. Machst du echt gut. Echte Frauenpower. Der hat hier grad gesummt, Alter. Nicht, ich hab den. Ach. Das ist doch nicht. Gott. Hast du gelesen, Mila? Ähm, warte. Ja, hallo, Mila. Du strahlst die beiden Jungs aus. Dankeschön. Okay, auf drei, den unten ist. Äh, ja, okay. Okay. Eins, zwei, drei. Chat, wir gehen jetzt alleine dahin. Okay, kann. Eins, zwei, drei. Bringt die mir was mit? Ja. Eine Flasche Wodka. Böser Gibi-Gubblau ab. Und mein Schokoriegel. Ich kann. Ist noch einer? Ach, da war noch einer. Oh, warte. Dann lass mich den hier eben töten. Nicht, dass der gleich kommt. Ich brauch keine Schlipper. Ähm. Ja. Ah, ja. Ich bin Killer. Ja, ich kann. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, irgendwas. Genauso sieht's aus, Big Ultra. Einfach durchrennen. Äh, ich muss mal eben die Taucherausrüstung absetzen. Oh, hier ist noch einer. Der hat sich verprügelt. Oh, guckt euch unser... Ey, wir brauchen noch einen... Scheiße, so einen Kamin kann man nicht bauen, ne? Aschloch. Die Seite von dem Haus sieht so agios. Eins, zwei, drei. Okay, eins, zwei, drei. Oh. Ich schock den und du verprügelt. Noch einer? Nachdem wir aus der Höhle rauskommen... Oh Gott, hier sind ganz viele. Aber eigentlich... Ich hab dich einmal getroffen. Ach, dann hattest du gar nicht mehr so eine Sauerstoffflasche. Oh, und Taucherklamotten. Hast du die? Hab ich die ja aufgeholt. Warte mal. Ne, Brenanzug, jo. Boah, der schützt super bei Regen. Anziehen. Den trage ich jetzt den ganzen Tag. Oh, ich hab Taucherschlamotten. Ich auch. Schön. Wie ihr euch freut. Ja. Findest du die Höhle? Man kann schon wieder den? Ich bin vor der Höhle, glaub ich. Ja, der dürfte aber nicht da sein. Doch. Hast du den auch nicht mehr? Pokémon geholt? Ne, hab ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr gehabt. Wir haben nämlich, als wir aus der Höhle raus sind... Ihr nämlich... Warte mal, wo war denn der Eingang, nun? Ja, aber wir haben doch dann mitten in der Nacht, haben wir doch gespeichert. Ja, aber ich hab nicht gespeichert, ich hab nur geschlafen. Was so? Wo ist denn der Eingang gewesen, die Nummer? Ich speichere einfach. Äh, du geh mal... Ja, wenn nicht, geh mal näher ran mit der... mit der Karte. Weiter links irgendwo. Da. Hier. Wollen wir die eben auseinandernehmen? Achso, äh, ja. Eins, zwei, drei. Wird natürlich cool, wenn das, äh, die Dings jetzt leer ist, die Höhle zu nehmen. Wenn nicht, spinn ich da durch. Loco? Bitte? Wirst du die hier nicht mehr liegen? Achso. Ich will... Naja, kann eins, zwei, drei. Ach du Scheiße, die Uhren sind noch hier. Den Alienfuß guckt da unten raus, bei den... ...den Schlappen. Welchen, den hier? Mhm. Okay, eins, zwei, drei. Ich bin bestimmt noch bald Fallschirm wieder mit Alien-Zeugs. Den hier schon... Nee, den haben... Den... Nee, der geht. Ey, ich... Ich geh jetzt hier durch, Mr. Degan. Vielleicht sind die ja auch noch tot. Das könnte sogar gut sein. Der hier? Ich kann. Eins, zwei, drei. Sieht zumindest so aus. So, und dann der hier noch. Muss ich den Kreuz nochmal holen. Ja, die sind tot. Boah, zum Glück. Eins, zwei, drei. Oder wollen wir jetzt dann eben auf Curtis warten, bis der da durch ist? Ich meine, wir sind hier jetzt noch nicht so weit gegangen. Ist jetzt nur der Tauchpart gewesen und dann hier die... Ich sprinte jetzt hier durch. Oh nein, die leben wieder. Egal, ich sprinte durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bye, have a beautiful time. Hey, cheesy, du Kasper. Ich hab gehört, du bist Storyline gequittet, weil du auf den Sack bekommen hast. Lutscher. Aber die sind teilweise tot. Da ist auf sich ein Loot. Ein paar sind respawned. Schreib dir nur H.H. Der Loot respawned auf sie, Master. Ich finde das auch ein bisschen wack, um ehrlich zu sein. Wackidi-wack-wack. Oh Gott. Oh Gott, da ist einer. Da sind zwei. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh, du kannst es hier drin aufbauen. Sehr praktisch. Weichern. Tauchanzug möchte ich nicht nochmal verlieren. Dann können wir bestimmt auch viel schneller schwimmen. Ey, oh Gott, Alter, ich hasse diese Höhle. Könntest du, wenn du aus der Höhle raus bist, speichern mal auch. Also mach dir auch mal so eine Plane zum Speichern. Weil ich glaube, um 0 Uhr habe ich so einen kurzen Disconnect immer. Ja, okay. War ja die letzten Tage auch so. Das ist ein Glibberscheiße hier. Ich bin in Ruhe, Babys. Oh nein! Geht weg! Keine Zeit für euch. Ich habe Business am Start. Ja, ich habe sie. Ich habe hier nicht nur Loot. Scheiße. Eine Taschenlampe geht leer. Wir haben es geschafft, Chat. Sag nicht, aber was willst du da spielen, wenn Supporter sich nicht an Server regeln? Ist das so cheesy? Ist das so? Wie macht man sich denn so ein Zelt? Ach, hier ist das noch. Hier ist noch das von Loko. Ah gut, dann speichert er mal. Hab gespeichert. So, jetzt komme ich zu euch, okay? Mhm. Wir haben hier drin auch nochmal ein Zelt. Dann kannst du euch hier nochmal speichern. Ich pop in paar Bottles. Ja, ey. Ey. Let's go. Ich kriege nur ein Schlückchen. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Kevin. Come schnell, Kevin. Ist die Oma eigentlich noch da? Die hat sich nicht abgemeldet. Mach kurz nen Abstecher nach Hause und lass den Cabin da. Kennst du diese Leute von Wrong Turn, Loco? Ja. Du siehst grad genauso wie einer von dir aus, in diesem Lächeln wie du das hinst. Oh Gott. Oh Gott, das sieht creepier aus als alles was hier rumfliegt. Ach der Cabin, der Cabin schafft das schon. Das Problem ist nur, es wird grad dunkel. Wir können schlafen. Ja stimmt, wir können schlafen. Doch klar im Bett. Ja, aber ich bin jetzt weitergerannt. Ich komm. Ich hab keine Angst vor der Dunkelheit. Ich bin wie Bane in der geboren. Meine Mama hatte keine Lampe im Bauch. Geboren! Ich stürze gleich ein. Der Cabin kriecht das schon hin. Scheiß, hab keine Energy mehr. Oma ist den ehem Ohrensäßlein geschlafen. Der reitet spät durch Nacht. Oh Junge, die machen hier richtig Party, Alter. Meine Energie ist wieder voll. Okay Süßer, wird gern wieder deinen Fuß in den Mund nehmen. Bin jetzt aber schon wieder weg. Hau rein, Opa. Opa, schiesi, Alter. Hau rein, Dimi. Lass ihn dir anquatschen. So trottel du. Also ich seh gefühlt geht nix. Aber ich find. Ich finde euch. Mach doch ne Fackel an. Nö, möcht ich nicht. Okay. Dann mach ich nur auf mich aufmerksam. Aber der Kevin ist irgendwo hier. lädt. Oh Gott. Oh. Oh nein. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Das war ein Monster. mitten im Wald. Wie unüblich, oder? Ja, aber das war so ein Mutantenmonster. Die hab ich noch nie draußen gesehen. Nur immer die Gibi-Gobbler. Okay, I'm here, friends. Alright. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Weißt du nur den... Du musst jetzt Tauchausrüstung anlegen und ins Wasser und dann nach unten tauchen. Wie, wo? Hier ins Wasser? Oh, das geht ja von alleine an. Ach du Scheiße, ich sehe gar nichts, ne? Ins Wasser runter, da ist ein Loch. Nach unten, nach unten. Ja, bin ich. Dann ist da so ein Weg, den du entlang budeln musst. Aber der war vor mir in der Höhle, der Kevin. Oh mein Gott, ich nass, ich seh dich nie wieder. Nila! Tata! Nila! Hier liegt irgendwo noch die Tauchausrüstung. Wo? Irgendwo an der Seite. Wo? Hier liegen Knochen. Speichern. Wo liegt die Tauchausrüstung? Nach hier. Ach hier. Hab ich. Ich muss kurz was... Ich muss kurz was fooden, okay? Okay. Hella hungry, bro. Hella hungry. Kunts Rücken knacken. Und ne Duftkerze. Okay, I'm ready to go. Wir hätten hier einen Stuhl gebaut. Nicht. Gewartet. Das sieht aus, als würden wir hier runterrutschen. Oh, ja, stimmt! Ja! Hat sie mir gleich die Fackel vorgeschickt. Ich seh, geh nix. Ich glaub, wir müssen wieder tauchen. Ah, nee. Hallo, Einflush. Ich hab zu viel Medikamente, Boy. Ich auch. Hallo, Big Ultra. Nee, du warst schon da. Irgendwas knurrt hier. Hier sind Truhen. Handgranaten. C4 und Handgranate. Noch ne Truhe. Handgranate, C4. Das sind Monster. I can see them. Ich hab ne Idee, okay? Okay. Lass mich durch, ich bin ein Arzt. Okay. Das sind keine Monster. Halt auf da. Das war nicht so gut. Ja. Oh, hier rechts sind gleich zwei. Ich nehm mir den hinter... Ich hab den geschockt hier, den einen. Hab ich. Oh mein Gott! Hab ich den Bein abgehauen? Oh! Okay, ich hab die, glaub ich, alle angelockt. Aber egal. Lebeband. Der Wodka. Ach, stopp. Aber der Gude. Hallo, Blaubaschbube. Okay, machen wir mal hier wieder zusammen, ne? Ja. Bei dem hinten. Ja, ja, ja. Ich kann. Hier ist noch einer. Ja. Den müssen wir erst töten. Der kommt da, warte, schuldigen. Smack my picture! Oh Gott. Komm her. Der fliegt dir an mir einfach vorbei. Breck! Alright, ich kann. Ich auch. Eins, zwei, drei. Jetzt der daneben hier. Habe ich auch so Schuhe an wie du, Milo? Und Loco? Badedinger? Ja. Nee, du hast nur den Angezogen. Nee, doch nicht, nee. Du hast aber noch nicht angezogen. Okay, eins, zwei, drei. Ja, warum soll man die auch anziehen? Wir sind ja nicht im Wasser. Du hast dann Flossen. Bequem, ja. Okay, ich zieh die auch an. Ich bin auch zum Club der Taufer gegangen. Der schützt sich gut vom Regen. Neoprenanzug. Boah, hast du Riesenfüße. Geil. Ich bin Scuba, Steve. Ich kann. Eins, zwei, drei. Wie cool ist das? Und Easy X Scopes, vielen Dank für den Primestabendzeiten. Du blubberbernd. Yes, sir. Oh, ich kann nicht mehr tragen. Hier ist noch einer. Ja, ich kann. Auch, warte mal. Ich auch. Eins, zwei, drei. Aber wann kommt denn nicht das Schneckenmonster, frage ich mich. Hast du einen Hicke, Schlick? Ja. Ich kann. Ich auch. Eins, drei, drei. Einer von euch ist, glaube ich, voll. Ihr lag gerade Mutantenhaut. Und danke, Alpino, für die Eule. Vielleicht ich. Alle pennen. Ja, hier ist wieder Mutantenhaut, glaube ich, hingeflogen. Muss ich auch nicht mehr mitmachen. Ja doch, ich kann die ja dann aufheben. Und Dondi, Rob, vielen lieben Dank für zehn giftige Zaps bei dem schlafenden Chat. Ich kann. Eins, zwei, drei. Bei dem schlafenden Chat hier, Alter. Hast du fallen lassen, Mila? Weißt du das? Ja. Ja, ja, hab ich. Aber wo ist die hingeflogen? Oh, wo? Hier, hab schon. Okay. Ich zieh kurz an. Weil ein Niedrüstung. Vielen lieben Dank, Dondi. Hier ist noch einer. Ich kann. Eins. Warte, ich kann noch nicht. Jetzt kann ich. Eins, zwei, drei. Diablo pushen, ist wieder ein neues Season, Kubi. Egal, das kann ich nicht mehr tragen. Ach, ich kann nicht mehr tragen. Ach, hier. Hier, hier, hinten liegen die O2. Das ist hier hingeflippt. Hier. Eine hab ich. Ich hör schon wieder Babys, glaube ich. Was gibt es denn als Season-Belohnung? Neu Flügel? Oder irgendeine andere Scheiße. Winke, winke, Dondi. Da hinten kotzt wieder einer Babys an. Wann stirbt der denn? Wir haben voll viel Leben. Okay. Ich kann. Ich auch. Mach dir, ich hab genug. Eins, zwei, drei. Nee, nee, warte, warte, warte. Da ist einer vor uns. Na, den mach ich. Oh, ja. Da hinten ist noch so einer, der kotzt. Okay, eins, drei, drei. Ja, wie immer eben. Einfallslos, fuck diese Firma. Ich hab echt Diablo 3 gerne gespielt, Alter. Und meiner ist da hinten hingeheatet. Wo? Hier, irgendwo. Hier, hier. Soll man den hier auch noch abhärten? Mhm. Eins, zwei, drei. Warte, ich seh noch ne, jetzt. Eins, zwei, drei. Keine Ahnung, wo die jetzt hingeflogen ist. Wahrscheinlich auch hier. Hier. Okay, ich bin auch, glaub ich, voll jetzt. Du musst den in die Beine hauen. Ja, aber ich hatte die falsche Waffe draußen. Warte, ich holte den einfach. Warte, ich holte den einfach. Warte, hier. Doppelkrabbel, ja. Ja, ich glaub man, bei manchen muss man in die Beine hauen. Guck mal, ich hab den in die Beine gehauen, der ist fast tot. Ja, der, der geht dann auch immer so in die Knie. Ja, 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 genau. Dem Alterswilz kannst du Level 1, Level 60, ja, 70 gehen. Echt? Seht du dir? Was hat der? Taschenlampe. Oh, cool. Oh. Der Karo, oder? Für die Pistole? Oh, ja, Taschenlampe für die Pistole. Echt? Jo. Jo, geil. Aber braucht die Au-Batterien, ist die Frage? Wahrscheinlich schon, ne? Glaub nicht. So ein Lugkissen mal mit mir. Oh, Leute. Mal gucken, wie lang die hält. Oh, hier ist die nur. Hier sind Babys. Äh, hier ist nochmal P4 und Handgranaten und Munition. Nochmal Munition. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Mit der Taschenlampe an der Knarre. Hm. Hier ist auch nochmal ein Dings. Ein Case. Aber hier ist nur Medizin drin. Soll ich schießen? Oh, das sieht mega cool aus. Alter, das lebt noch, ne? Die ist überall. Ich kann das essen. Guck mal. Guck mal. Dein Kopf wurde so verschlungen von dem Zeug hier. Ist das eine Drecksau, Alter. Dieses Spiel ist abartig. Ekelhaft. Boah, da krieg ich das kotzen, Alter. Ich hasse sowas. Ich hasse diese... Oh Gott. Auf Facebook ist damals ein Bild rumgegangen. Von wegen, wenn du dieses Shampoo benutzt. Und guck, was mit deiner Haut passiert. Kennt ihr das? Nee. Und dann war das so ein gefotoshopptes Bild. Mit so Pflanzenkernen. Mit so Pflanzensamen. In die Haut drin. Da hat den... Oh Gott, da waren da so Löcher in der Haut, Junge. Ich krieg's kotzt. Oh, brl. Absolut widerlich, Alter. Oh Gott, mir wird ganz übel. Hier ist liegt Geld, ne? Du bist dran vorbeigelaufen. Und Uhren liegen hier, aber ich kann die nicht aufhören. Wir tauchen. Wollen wir tauchen? Ja, aber ich weiß nicht. Oh, ich geh navor. Boah, Mann, ist ja voll schnell jetzt beim Schwimmen. Ah. Denk mal hier wieder hoch. Ja. Ja, ich lass die einfach an jetzt. Ja, geh mir die auf den Sack, Junge. Oh, das lockt aber alle an. Oh, das ist zum Deck da wieder. Der hält ein bisschen mehr aus. Ich würd echt die Munition am liebsten aufbewahren, bis diese Flick-Flack-Monster kommen. Ja, dann schlag die. Dann tu ich die weg. Warte, ich sammelte die Haut noch. Ja, ich kann auch sammeln diesmal. Ich kann auch. Der Schatten vom Schalldämpfer weiß ich nicht. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Hast du ja schon gespielt. Musst du jemand essen? Oh nein, ich glaub, mein Spiel ist abgespielt. Ich hab Nudelsuppe gefunden. Nein, echt? Ich glaub schon. und das habe ich ein standbild und ich habe eine höhle gespeichert ja hast du auch ja hast du aber ganz am anfang aber egal wir haben ja eh durch gemetzelt hast du die schon abgeerntet den hier können wir noch 1 2 3 ich kann aber auch antragen ich bin voll der loko steckt vor uns ja aber ich glaube der hat noch nicht ausgemacht und der zittert auch ganz komisch kannst du mich einladen ich bin einladen oder hinten ist licht aber kein zeit mehr dafür weißt du was zu trinken ob ich was zu trinken habe energiegetränk oder so ne ich habe nur meine feldflasche weil die kann ich glaube ich nicht geben oder ja trinken ist noch okay nur ich bin mein müden blinkt deine müdigkeit blinkt hinter dir hinter dir mach dich aus meiner leitung raus du bierne auf drei ich bin voll hallo silent fox ein bisschen haben wir denn hier alles ausschalten oh leuchtfarbe kann man ändern aber weiß das ich habe rahm nudeln gefunden die zwitschere ich mir zu hause auf dem dach rein oh ich habe noch schoss habe ich für die im neuen wir haben unfassbar viele shotgun munition zu hause äh, Mila? Mila? Ja? Okay, wir müssen hier lang. Warte, Loco, komm. Ja, ja, ich bleib hier. Ich glaub, die haben mit dem Game von Donnerstag bis heute genug Geld eingefahren. Ich hoffe, dass die noch weitere Patches bringen. Ja, das haben die immer schon gemacht. Ja, genau. Laut Mila haben die das immer schon gemacht. Von daher kann man eventuell dem Entwicklerstudio vertrauen. Ich hab übrigens nachgeguckt. Weißt du, wer der Publisher von Throne and Liberty sein wird? Ja, das ist, äh, ein ganz üble Scheiß ist das. Ja. Die machen Pay-to-Win-Spiele. Im asischen Bereich. Nee, Amazon, Amazon wird das sein. Ja, der Publisher ist egal, aber die Entwickler sind richtig schlimm. So, die Entwickler weiß ich gar nicht. Und bei Amazon haben wir ja gesehen bei New World. Wollt ihr die Energie-Regel geben, Mila? Hm? Die Energie-Regel geben. Oh, danke. Und Amazon haben wir ja schon bei New World gesehen, wie die reinscheißen. Ja. Aber egal, ich werd's mir trotzdem auf jeden Fall anschauen. Na, ich schau mir da trotzdem auch an, ja. Da sind Babys? Na, ich glaub, wir sind's sogar schon. Was denn? Ich geh die Schnitzeln. Ja! Biet das ne Bolle! Oh, da sind zwei zweiköpfige. Ich leg mich mit dem einen hier an. Nimm dein Händchen. Bist du denn da hinten? Ich hab's jetzt für Rüstung verloren. Wir sind, glaub ich, eh durch. Wow! He's sick, boy! He's sick! Warte, loot mal zusammen. Gehen die Dings? Mhm. Warte. Jetzt kann ich. Zwei. Zwei. Oh! Warte! Nein, ich kann nicht ein Baby. Nein! Jetzt hab ich gesucht. Doch, kannst du. Ich mach schnell. Und da vorne war da noch einer. Wo ist der andere? Warte, ich muss jetzt erstmal meine alte Haut anziehen. Oh, wir haben die. Wir haben den Spaten. Oh, was ist das denn hier, Alter? Da können wir runter, ne? Der andere? Nee, ich glaub, wir können da nicht laufen. Hier, abernten. Äh, häuten. Tür schnallen. Bei uns mal. Dankeschön, dass du dich bedankst. Eins, zwei, drei. Oh, mit dem Spaten können wir jetzt dieses Geocaching-Shit machen, ne? Oder was das ist? Was, wenn wir hier runter gehen? Nee, geht leider nicht. Hab ich auch versucht. Warte mal, was ist die? Wir sind irgendwie wieder zurück. Oh, voll der Windschwarten, Alter. Aber ich hab eben gar keinen Abzweig gesehen. Vielleicht hier hinten? Kann man echt nicht runter? Nee, ich glaub, du musstest hier ein Stück zurücklaufen und dann nochmal so ein fettes Vieh. Aber was ist das? Können wir uns das mal kurz angucken? Also, das scheint ja irgendwie ein unterirdisches Labor zu sein, oder? Ähm, ja, muss ja irgendwas tun. Äh, bei mir sind zwei. Ja, klar kann man die runter, oder? Jetzt hier kommst du nicht. Das sieht irgendwie aus wie der, wie der Todesstern von Star Wars. Kennst du diesen einen Film, wo alle in so einem riesigen Würfel gefangen sind und da drin sind ganz viele kleine Würfel und man musste immer so Aufgaben lösen, um nicht zu sterben und man musste so von Würfel zu Würfel. Ich glaub, das hieß The Cube sogar. Den haben wir zusammen geguckt. Hat der Typ doch runter geschissen. Nee, nee, das ist nicht, äh, dieser Netflix-Film, sondern... The Cube sagt mir grad nix. Ich kenn' Cube Factory, der guckt ja ab und zu mal zu. Komm, wir hier raus, Loco. Wollen wir den nicht noch losen? Oh, hier kommt noch so'n Fütter. Stimmt, da mit der Etage ist der Schacht. Da hat der doch runter... Oh Gott, der Film war so schrecklich, ne? Also sozial... Hat der Schacht war... Sozial kritischer Film, glaub ich. Ich kann den nicht... Ihr lebt doch nochmal irgendwas. Ja, hier liegt ein... Ich kann den nicht abwärten. Ah, jetzt. Loco? Warte, hier lebt noch ein Baby. Ich kann's. Ich auch. Eins, zwei, drei. Oh, das war ein schlimmer Film, wo die da... Wo der eine runtergekackt hat. Oh Gott, das war ekelhaft. Zebra-TV, Dankeschön für den Prancer. Gumo, mein Freund. Gumo. Ist das noch so'n Blinder? Schock, der. Oh, das sind frei. Ich muss den auf die Beine hauen. Handgranate? Komm mal. Wenn du willst, die kommen schon. Oh, die kommen schon. Ich hab' die Kehle durchgeschnitten. Oh, so'n Dicke. Den mach' ich. Ich hab' Erfahrung mit denen. Okay, welchen zuerst? Den linken? Den hinteren? Hm, ich kann's. Eins, zwei, drei. Ja. Ich kann nicht mehr träumen. Ich kann noch zwei anziehen. Den kann ich auch. Ja, eins, zwei, drei. Und dann den hier noch, ich kann? Ja. Ich nicht. Jetzt, eins, zwei, drei. Eigentlich können wir das so machen, sobald der erste runter geht, rücken die anderen auch ohne. Da müssen wir nicht mal eins, zwei, drei sagen. Und hier kam er doch, oder? Da haben wir jetzt einen Abzweck gesehen. Gesehen. Hier. Oh, Gottes Willen. Ich bin irgendwo. Oh, ich bin bei. Seid ihr getaucht? Ja. Hier war noch ein Weg. Hier liegt, hier war auf jeden Fall Geld. Hier waren wir noch nicht. Hier ist ein Weg. Ja, ich glaube, wir sind richtig hier, Loco. Aber davon da kamen wir ja. Nee, hier lag ja Geld auf dem Brunnen. Nee, nee, hier ist Rotze an der Decke. Ja, oh. Und hier geht's runter. Ich bin vorher meine ich keine Rotze an der Decke. Sind wir sicher? Und ich höre hier Babys. Und hier hängen Leute an der Decke. Ja, wir waren hier denitiv noch nicht. Ja, schade, bei mir ist auch noch ein Gang. Hallo? Gut für Stück gewesen. Hallo? Jetzt haben wir authentisches Feeling hier. Ja. Go, XLR for life. Coco! Was seid ihr denn langgetraut? Oh, pack auf. Zurück. So ein bisschen zurück und dann versuche einfach, siehst du unsere Nahr? Ja. Ja, genau. Hier sind wir. Hier unten. Wo ist der? Fire in the hole! Oh Gott, ich hab verfehlt. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Der fliegt im bisschen in einer Luft. Komm mal runter auf den Boden. Der Stark will es nicht zusammenverhauen. Ja, schock ihn. Ja, klappt ihn weg. Aha, Loser. Jetzt ich. Oh, da ist noch einer. Oh, ich hab Kühlschneiden gerade. Sorry. Ja, ja, mach. Ich hab auch noch schnell gewacht. Hier rechts ist der gleich. Oh Gott, hier ist eine große Halle. Definitiv noch. Das ist einer der Blöden. Der checkt ja gar nichts. Jetzt. Er ist tot. Warte mal. Hier waren wir noch nicht, oder? Ernten wir, also Kühlschneiden wir denen? Mhm. Ich kann. Ja, macht ruhig. Okay, mir der letzte. Ave Maria. Oh, das, äh. Das ist deine? Ja, warte, warte. Oh, das sind zwei von denen. Da sind zwei von denen. Ja, ich mach den rechten. Hier waren wir schon, ne? Die Dinger waren auf. Wir waren hier schon. Die ganzen, ganzen Cases sind auf. Dann war Loco richtig. Obwohl. Wollen wir nochmal zurückgehen? Ja, dann müssen wir nochmal zurück. Warte, da kommt ein Dings. Ui. 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 Oh. Oh. Oh, da ist noch einer. Ich hab, ich hab ne Taktik, ne? Einfach die ganze linke Maustaste gedrückt halten, dann hauen wir uns nicht gegenseitig. Auf drei? Jo. Ein, zwei, drei. Doixel, ihr Beste. Und bei dem anderen. Ah, ihr habt wieder fallen gelassen. Ihr seid voll. Ich aber noch nicht. Dann ernte ich den alleine. Scheiß drauf, den Gast. Oh, 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 oh. Und da zum Thema. Der Loco wollte im Elfo pennen gehen. Ja, scheiße, ey. Scheiß drauf, kündige einfach. Ich muss mal eben meinen Taubanzug außen. Ne, den brauch ich ja gleich sowieso. Ruf doch einfach deinen Chef jetzt an und sag, du hast Bauchschmerzen. Sag, oh, Rücken. Ach, geht gar nicht. Aber du musst den auch halten dabei, weil der checkt, dass du das Telefon hast. Ich glaube, da hat einer Verstopfung hier im Tunnel. Ja. Komm schnell, Mila. Komm her, der hat es eigentlich. Da liegt einer zum Halten. Oh Gott, wir schreien. Warte, ich muss eben ausziehen. Warte mal, du ziehst dich aus. Nein, den Artenboika. Die war klar, dass du dann zurückkommst. Oh Gott. Ich wollte mal helfen. Oh Gott, guck mal hier, da in die Spalte. Da kann man rein, aber guck mal kurz rein um die Ecke. Ja und, das ist doch nichts. Was ist das Maul kriegen die, Alter? Ich da eben reingeguckt habe, sonst nur drei Stück Stimme. Die sind ja schön aufgereiht, das passt. Eigentlich hättest du da auch eine Granate reinwerfen können. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Dann wären wir alle drei weggestorben. Du hast nicht dein Kopf fehlt, Loco. Oh. So, der Weg ist frei. Danke. Mal kurz durch die Menge geboxt. Habt ihr es gesehen? Chat, so geht das. Springt irgendeiner lang? Ja, das ist der Typ, der Verstopfung ist. Oh, hier sind vier Blinde. Meine? Ach du Kacke. Oh Gott, wie viele sind denn hier? Oh Gott, oh Gott. Mama Mia, here I go again. Mama. Einfach reinhauen. Wir haben Rüstung an. Oh schön. Oh Gott, den kommen noch mehr. Gott. Junge, hier war ein Techno-Rave, Alter. Und zurück bleibt nur tot und leid. Ja gut, wir können wieder... Oh mein Gott, da kommt quasi Modo, Alter. Da war ein ganzes... Nee, habe ich geköpft. Okay, wie sieht eure Rüstung an? Gott, guck dir das mal an. Du guckst dir das mal an, Alter. Okay, wir müssen... Wir fangen mal durch. Warte, warte. Ich ziehe erstmal alles an, was ich habe. Ja, genau. Ich ziehe erstmal alles an. Okay. Ich kann sieben Stücken. Sieben Stücken. Sieben Stücken. Ich bin abgeschlachtet. Und den Chat sagt kein einziger irgendwas. Keiner schreibt was. Ich sag ja, ich könnte hier 500 Millionen Euro gewinnen. Boah, krass. Ach komm, macht einfach. Let's go. Wir sind eh genug. Wir haben volle Rüstung alle. Boah, gut gemacht. Boah, krass. Boah, krass Gruppe. Oh, richtig gut. Ach komm mal. Die Ruhe, Chat, Alter. Ehrlich. Ehrlich, Alter. Ehrlich. Ich könnte hier sitzen und könnte nix irgendwann kriegen, Alter. Die haben noch gar nicht gewählt. Ach, du kannst hier alles kriegen. Selbst wenn man hier im Ferrari vor Giveawayen würde, würde sich keiner melden. Oh, naja, kein Bock aufzustehen, Alter. Oh, Digga, gar keinen Plan. Warum ich tippe so? Ich bin dieser Scheiße. Ich glaube, hier geht gar nicht weiter. Ich glaube auch, dass hier ist ein Lied. Das ist ein Lied. Warte, von wo kamen wir? Hier? Wir kamen aus dem Gang. Ich will den Tauchanzug ausziehen. Ja, oui. Ja, oui, oui. Du hast uns einfach falsch geführt. Wir kamen doch hier raus. Und wir konnten doch da vorne weiterlaufen. Kommt mit. Hier? Und jetzt können wir doch links weiterlaufen, oder nicht? Nee, links, da waren wir doch gerade und haben die Schaufel geholt. Ja, dann können wir nur zurück. Dann können wir nur zurück, ja. Den Ferrari, pissig. Ja, dann auf. Wir haben doch die Schaufel, deswegen sind wir doch hier gewesen. Der Kubi schreibt, wollt er einen Tipp haben. Ein Kutel. Äh, wir haben doch die Dings. Also ich meine, ich musste mich, äh, wie bei dem, in der Hakenkustole. Oh, ich kann hier durch so eine enge Höhe. Ja. Hier liegt auch Geld, hier waren wir noch nicht. Hier geht's hoch. Ja, 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 hier ist der Ausgang bestimmt. Bin ich. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hier ist eine Kiste und da liegt Geld. Da liegt super viel Geld. Jo, ausgesagt. Boah, 177 Dollar, Alter. Boah, das war's dann hier, glaube ich. Ich hab einfach Schatz gefunden. Ja, okay, dann wieder zurück. Ja, we. Ja, hier geht's ja nicht weiter. Was labert ihr denn? Ich bin hier rübergejumpt. Wie? Oh Gott, hier sind Dings. Monster, Hilfe. Oh Gott. Willkommen. Das A-Team kommt. Das sieht nicht so aus, als könnte man da rüber. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Da war egal. Wenn der Junge das macht, dann tun wir das auch. Wie hat er das geschafft? Ich bin bei dir. Jo, hier ist voll der Jumper, Alter. Wie schnell der ist. Jumpt alle ganz schön. Jo, der Jumpt. Wir hatten irgend so eine Crack-Party hier. Ja, Mann. Ja, den hab ich abgeschlachtet. Auf zu heulen, du Schatzkämpfe. Kämpf wie ein Mann. Hier waren wir. Warte, ich glaub, wir müssen hier hoch, oder? Boah, ich bin richtig gejumpt, Alter. Oh Gott. Ey, hier ist wieder so ein Monster. Ja, hier können wir sprengen. Warte, warte mal. Der Sprengmeister. Ja, doch. Okay, ich spreng. Warte, ist das hier jetzt? Ja, genau. Das hab ich gesucht. Ja, hier ist das aufgegangen. Zündungen. Boom. Geil. Warum haben wir das hier gesucht? Das ist nicht Batman. Das ist nicht. Hier ist der Ausgang. Wie, dann haben wir das jetzt verschwendet. Sitze vier. Wenn wir jetzt auch nochmal den ganzen Weg zurücklaufen können. Oh, Babys. Noch nie eine Frau gehört, die so viel Angst vor Babys hat. Ich spiel. Ich spiel. Ich spiel mich hier nochmal durch, Alter. Piss durch. Mann, die kriegen Fingernäckungen auf. Oh, der eine hat einen Passerschutz-Test in der Hand. Krieg mit dir. Oh. Wir haben es geschafft. Wir werden nur sechsmal fast gestorben wegen einer Schippe. Das sind übrigens alles die Blagen von Palletti hier in der Höhle, Alter. Vom Jörg. Oh, hier geht es ganz tief runter. Ja, dann sind wir richtig. Oh, gar nicht so tief. Aua. Ich hab mir wehgetan. Au, mein Knie. Ihr habt das richtig so. Dankeschön. Wenigstens einer im Chat, der uns motiviert weiterzumachen. Hier geht's raus. Scheiß Leben. Ja, komm, wir quetschen uns durch. Ja. Enten draußen wartet jetzt Kevin. Mit 50 Fische in der Hand. Könnte sogar so legit sein. Genau, wir müssen speichern. Ja. Erstmal ein Schlückchen trinken. Erstmal was trinken. Und ein Snagit-i-Snag. So, hat jemand einen Planer dabei zum speichern? Ich hab keine, oder? Ich esse die Labennudeln. Wir sind nicht weit von zu Hause. Achso, ja, okay. Oh, die hab ich wohl gegessen. Also, wenn du cool bist, fährst du mit deinem Schlitten hier in den Bach runter. Nicht das? Ich nix. Schau. Klebt quasi dazu ein. Ciao. Hey. Ciao. Komm, Kevin. Was ist cool? Hier bleib ich ein bisschen hängen. Komm, Kevin. Hörst du dich abknallen, Junge. Wuuuuh. That's so much fun. It's corn. It's corn. Das war cool. Äh, ich bin voll in Leute reingeschwommen. Scheiße. Ach du Kacke. Da ist ein großer, pass auf. Wo ist der hin? Der ist hingefallen. Der liegt ja auf dem Boden. Der ist geschockt. Oh mein Gott. Ich hab die fast im Kopf geschossen. Hey, du. Mach das Ding runter. Oh, ich hab den im Kopf geschossen. Oh, da kommen ganz viele. Oh, da ist so ein dicker roter Bick bei. Du willst kommen? Komm her und guck, was ich im Dings gefunden hab. Da ist noch einer. Okay. Ich geh schon mal nach Hause und speichern. Ich bin nicht ausfällig. Aber hier ist Loot, Mila. Ja, aber wenn mein Internet gleich weg ist, dann haben wir alles verloren. Oh, schnell Dings. Wir müssen später wiederkommen, okay? Merkt euch die Stelle. Ja, ja. Ist ja nicht so weit weg von zu Hause. Boah, ist die. Nur den Fluss hoch. Du. Komm Kevin, die sind ärgerlich. Wo ist Schnee, Kevin? Naja, wir müssen ausspeichern. Sonst haben wir alles wieder verloren. Homeshit home. Würde mal so einen Ammonation-Duping-Bug geben. Dann hat man wenigstens ein bisschen Spaß beim Shooten, Alter. Kevin! Kevin! Der Kevin ist da. Okay, ich hab gespeichert. It's corn. It's corn. It had the juice. Ich auch. Aber Loco haut jetzt eh ab, ne? Ja, ich muss jetzt echt gehen. Oh Gott, Mila, was machen wir dann? Ja, na was wohl sterben? Wieso? Ihr habt doch jetzt die Schaufel. Ihr könnt doch das Ding ausbuddeln. Wir können uns einmal durch die Welt buddeln. Oh, speichern. Abgespeichert. You make me uno poco loco. Wir haben echt ein cooles kleines Dorf gebaut. Ein Dorf, ein Haus. Ja, und? Wenn ihr die Richtung hier geht, da dieser grüne Punkt, der auf dem Nobby ist, da könnt ihr auch buddeln. Buddeln und der grüne Punkt daneben könnt ihr buddeln. Kein Mohl. Den lilanen könnt ihr buddeln. Die Gräber können wir auch buddeln. Du siehst aus, ne? Mit den Schlappen und diesem Boden-Kobold-Anzug, Alter. Ja, siehst du aus. Niki, Niki, ich denke heute, beziehungsweise morgen ist er noch nicht zwölf. Dafür bist du gerade der Opa. Ich denke, morgen ist frei. Morgen mache ich mal kurz das Headset ready und ein paar Sachen klären. Aber ich denke mal, weiß nicht, lohnt es sich dazu, für zwei Stunden den Streamern zu werfen? Falls ich abends noch spiele? Ich guck mal, aber ich denke mal, morgen ist es frei. Geben wir jetzt gleich buddeln, Milo? Und guten Nacht. Und danke, dass du hier warst. Oh, kein Ding. Macht's gut. Bye-bye. Tschüss, Logo. Ciao. Kevin, mich. Pol, mich. Und... Weihnachten. Ich war ja schon ein Hitz-Moll, Alter. You make new book loco. So, mal gucken. C4. Lebeband. Herzenfutter. Vodka. Und Pony, vielen Dank für den Prime Star, aber im 17. Monat. Nö. Mila, wir haben echt verdammt viel Zeug. Batterien, Batterien. Sind wir schon voll an Batterien? Durch den Waffenschrank. Wir haben so viel Munition für die Flinte. Wo gibt's die denn? Und ich hab die einfach so gegessen. Und ich hab noch ein Schildkröten ein. Ja, wir brauchen definitiv mehr... Storage. Haben wir hier noch einen hin. Und das eh hässlich hier. Und wir müssen... Aber das können wir morgen Abend machen, wenn wir nichts zu tun haben. Unbedingt mal craften, weißt du? C4 und so, dann haben wir auch wieder mehr Platz. Do you understand what I say to you? No. Why not? No, I don't. Entschuldigung. Und ich bin ehrlich, ich bin sicher nicht. Und dann haben wir auch noch eine Bürger. Und ich bin ja, die sind ja nicht so schön... Und ich bin, ich bin ja so eh! Und ich bin ja so... Ich bin ja so, dass ich hier noch... Und ich bin ja so. Und ich bin ja so. Und ich bin immer noch ein Ansatz. Ich bin ja so. Und ich bin ja so. Holy du, hör auch auf Zwerge, du Penner Ja, okay Das sieht hier aus wie in einem Supermarkt Hermina, wo bist du? Ich bin hier Fang Wer ist das? Du siehst aus, Alter Halt mir nochmal deinen Rucksack so nach vorne Nee Will nicht Mir fehlen zwei Rüstungsteile Deine Brust und dein Kopf, ja Gar nicht wahr Immer noch? Jetzt nicht mehr, du Opa Komm, wir sitzen hier und machen RP Du siehst aus wie ein Schwanz Und du siehst aus wie ein Hoden Verrunken Nein Irgendwie schon Aber schönes Gesicht, das sieht echt nett aus Dann deinem Arm, von wem ist das? Hebris Okay Ja Schöne Schlappen hast du an Oh Ja Danke Die waren immer an Geburt Ja Mhm Okay Gutes Wetter heute, oder? Ja Ja, ein bisschen wolkig heute, na? Könnte noch regnen, wer weiß Stimmt, lass nochmal schnell speichern gehen Hm Ey, wer hat mein Dings abgerissen? Was Ja, wie war's? Ja, wie war's? Du hast abgerissen Ja, meine Zielscheibe Ich nicht Ich würde das niemals machen, weißt du? Geh mal weg Respektiere dich und deine Zielscheibe Auch wenn du die nicht gut aufhängen kannst Ach, scheiß drauf Ach, scheiß drauf Mir doch egal Ich mach's da schlaf gut Ja, Mila, was machen wir? Machen wir aus für heute? Oder gehen wir noch buddeln? Hm Ich würd sagen, wir machen aus für heute und buddeln the next time Oh Gott Ja, das ist unfett, oh du Du bist ein Schutzschild Juhi Du doch genauso Buddeln, traurig Ich glaub aber auch, wir machen eher aus Ja, buddeln next time Ich guck Oh Und noch ein bisschen weiter Guck mal, Kevin hat Fiechi gefangen Danke, Kevin Wir müssen halt noch mehr erkunden nächstes Mal Und buddeln müssen wir Und... Okay, lass ausmachen Tschüss, war nett Tschüss Was hat er gequickt? Angreifer Gute Nacht Gute Nacht, bye bye Hi Ich mach jetzt noch aus, hier so Ähm Ja, hab ich grad gesehen, Nushua Du würdest auch wissen, wenn du mir zugucken wirst Zum Teufel war das, Alter Uiuiui Chat pendee Und morgen ist, heute ist Montag, alle müssen arbeiten gehen, alle sind grumpy Uiuiui Chat An alle, die noch wach sind Vielen lieben Dank fürs Dabeisein Danke für den Support Dankeschön Ich hoffe, ihr hattet Spaß Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal vielleicht, morgen vielleicht nicht, you knows Nee, morgen Abend vielleicht dann Aber ein bisschen später dann So um 9 Uhr oder so dann erst Lass euch nicht anquatschen Bleibt gesund Bye Und schlaft gut Tschüss Und gute Nacht Bye Tschüss Mach's gut Tschüssi Ja, schlaft du deinen Troll, Alter Bye Bye Oni Mein Tschüss Tschüss Bye Ja, super Tschüssi Tschüss Tschüss Ja Grüß die Familie Tschüssi 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 Der Gron streamt übrigens noch, da könnt ihr weitergucken Ja, genau Da können wir auch gleich weiter Ja, genau, da gucken wir auch gleich zu Also ich zumindest Ja, ich vielleicht auch Wir müssen auch mal chillen Wir müssen auch mal chillen Oh Gott, ich bin so froh, dass ich keine Webcam hab, ne? Ich hab grad so mich nach hinten gelehnt Und da hab ich gesagt, wir müssen auch mal chillen Dann hab ich den Kopf so zur Seite gemacht So Wir müssen auch mal chillen Die finden uns nicht so lustig, nur wir lachen über uns, Mila Gell Okay, Tschüssi Bye Okay, ich mute jetzt, tschüss Tschüss Bis gleich Gute Nacht, Chat Bye-bye Bye-bye Bis kurz Bye-bye 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 Bye-bye